Musik Von Prinzen und Prinzessinnen Lesen von Jasmin Stab Robert Keil Prinzessin Tausendschönchen Ein Königspaar hatte ein einziges Töchterlein, welches schon bei seiner Geburt so schön war, dass ihm seine Eltern in der Taufe den Namen Tausendschönchen beilegten. Es wurde von vornherein nichts versäumt, um dem Kind eine glänzende Zukunft zu sichern. Und der König ließ neben den bereits vorhandenen noch einige Dutzende goldene Teller anfertigen, damit er ja alle Weisenfrauen des Landes als Taufpaten einladen konnte. Sie erschienen dennoch sämtlich, und jede beschenkte die kleine Prinzessin mit einer Wundergabe. Es wurde ihr Tugend und Gesundheit, Schönheit und Reichtum, kurz, alles verliehen, was ein Menschenkind nur immer glücklich machen kann. Und da keine der weisen Frauen wie bei Donröschen gegen die anderen zurückgesetzt war, so wurde auch nicht ein einziger böser Wunsch ausgesprochen. Als Tausendschönchen herangewachsen war, verbreitete sich ihr Ruhm bald in alle Länder. Und wo sich an einem Königs- oder Fürstenhof ein Prinz fand, da machte sich dieser auch auf, um die tugendreiche und schöne Prinzessin kennenzulernen und sie womöglich als Brautdorf sein väterliches Schloss heimzuführen. Es verging kaum ein Tag, an welchem nicht wenigstens ein Prinz am Königshof anlangte. Und es würde schwer gewesen sein, darüber zu entscheiden, welcher von ihnen die anderen an Schönheit und Reichtum übertroffen hätte. Ob sie sich aber an Tugend ebenso gleich standen, das war eine andere Frage. Die Prinzessin wollte jedoch ihre Hand nicht dem Schönsten und Reichsten, sondern nur dem Tugendhaftesten reichen. Und um diesen herauszufinden, nahm sie ihre Zuflucht zu einer der weisen Frauen. Diese riet ihr, die Prinzen unter irgendeinem Vorwand nach Hause zu schicken. Und ihnen ein Heim zu stellen, nach Jahresfrist an den Königshof zurückzukehren. Alles andere, sagte sie, überlass mir. Ich werde schon Mittel und Wege wissen, den Tugendhaftesten herauszufinden. Die Prinzessin befolgte den ihr erteilten Rat, und schon am nächsten Tag verließen die Prinzen das königliche Schloss und kehrten in ihre Heimat zurück. Als das Jahr um war, trat einer der Prinzen nach dem anderen abermals die Reise nach dem Fremdenkönigreich an. Und jeder schmeichelte sich mit der Hoffnung, dass er die Hand der Prinzessin erwerben werde. Der erste, welcher auf der nach dem Schloss führenden Straße erschien, war Prinz Balduin, der Tag und Nacht ohne Unterbrechung geritten war, um den übrigen möglichst den Rang abzulaufen. Bis dahin war es ihm geglückt, und wenn das Pferd nur noch eine Stunde aushielt, so war das ersehnte Ziel erreicht. Doch das böse Wenn machte dem Prinzen wie so manchem anderen einen Strich durch die Rechnung. Das Pferd sank vor Erschöpfung zusammen und war nach wenigen Minuten verendet. Der Prinz stand ratlos neben dem gefallenen Tier und verwünschte jetzt selbst seine übertriebene Eilfertigkeit. Zu Fuß konnte er unmöglich seinen Einzug auf dem Königsschloss halten. Und ein anderes Pferd war augenblicklich wohl für alle Schätze der Welt nicht zu beschaffen. Während der Prinz noch hin und her überlegte, wie er sich der Verlegenheit am besten entziehen könne, Er schien plötzlich auf der Landstraße ein herrschaftlicher Diener, welcher einen prachtvollen Rappen am Zügel führte und nichts Böses ahnend an dem Prinzen vorüberziehen wollte. »Peder, Bursche«, rief ihn dieser jedoch an, »wohin willst du mit dem Pferd? Und wem gehört es? Du musst mir das Tier verkaufen, selbst wenn der Preis auch noch so hoch sein sollte.« »Das Pferd hat mein Herr gestern erst in der Stadt gekauft«, erwiderte der Diener, »und ich bin eben auf dem Weg, es nach seinem Schloss zu führen. Wollt ihr ihm das Tier wieder abkaufen, so begleitet mich und macht den Handel mit meinem Herrn selbstrichtig. Ich habe kein Recht, fremdes Eigentum zu verkaufen.« »Einfältiger Tropf«, rief der Prinz zornig aus, »sage deinem Herrn, Prinz Balduin habe das Pferd gekauft, und er möge sich von ihm den Kaufpreis holen.« Dabei stieß er den Diener zur Seite, schwang sich auf das edle Ross und jagte im sausenden Galopp davon. Die Freude über den ungerechten Handel sollte jedoch nicht allzu lange wehren, denn das mutige Pferd gehorchte weder Zügeln noch Spuren und lief mit seinem Reiter Querfeld ein. Es zog ihn durch Gestrüpp und Dornen, bis ihm die Kleider in Fetzen am Leibe herabhingen und warf ihn schließlich am Saum eines Waldes in einem Graben ab. Da lag nun der Prinz mit einem gebrochenen Bein und jammerte und stöhnte, dass es einen Stein hätte erbarmen können. Soweit das Auge reichte, war weder Haus noch Hof zu sehen, und die Gegend war überhaupt so öde, dass es sehr zweifelhaft erschien, ob sich jemals ein menschlicher Fuß hierher verirrte. Der Verunglückte hatte bereits mehrere Stunden unter den grässlichsten Schmerzen zugebracht und war fast der Verzweiflung nahe. Da trat ganz unerwartet ein altes Mütterchen aus dem Walde und blieb erschrocken stehen, als sie den jammernden Mann in seiner zerfetzten Kleidung erblickte. »Kommt nun her«, rief der Prinz bittend aus, »und helft mir. Ihr habt vor mir nichts zu befürchten. Ich bin vom Pferd gestürzt und habe ein Bein gebrochen. Ihr selbst werdet mir zwar nicht weiterhelfen können, aber ich bin gerettet, wenn ihr nur zum Schloss des Königs eilt und der Prinzessin Tausendschönchen mein Unglück meldet.« »Nach dem Schloss des Königs? Und zur Prinzessin Tausendschönchen?« wiederholte die alte Kopf schüttelnd. »Ein Königsschloss gibt es in einem Umkreis von fünfzig Stunden nicht, und von einer Prinzessin Tausendschönchen habe ich wohl schon einmal sprechen hören, aber die wohnt über hundert Stunden von hier entfernt.« »Sprecht nicht so töricht«, erwiderte der Prinz. »Das Schloss kann höchstens eine Stunde von hier entfernt sein.« Als heute Mittag mein Pferd vor Ermattung unter mir zusammenbrach, war ich dem Schloss schon so nahe, dass ich seine Türme und Zinnen schon ganz deutlich erkennen konnte. Ich kaufte unterwegs ein anderes Pferd, einen mutigen Rappen, der aber weder dem Zügel noch den Sporen gehorchte. Das wilde Tier rannte mit mir querfeldein und warf mich dann nach etwa einer halben Stunde hier in den Graben ab. »Einen Rappen, sagt ihr, der weder Zügel noch Sporen kennt und immer querfeldein rennt?« »Nun, dann ist alles aufgeklärt. Ihr habt das schreckliche Geisterroß geritten, das in jeder Minute eine Meile zurücklegt und werdet meinen Angaben über die Entfernung des Königsschlosses jetzt wohl Glauben schenken.« Der Prinz war starr vor Schrecken und jammerte und stöhnte noch mehr als vorher, sah aber schließlich keinen anderen Rettungsweg, als auf einem Bein nach der nahegelegenen Hütte der Alten zu humpeln und dort die Heilung seines gebrochenen Beines abzuwarten. Es würde keine angenehme Beschäftigung sein, von dem Schimpfen und Toben des Prinzen über sein Unglück weiter zu berichten. Und wir wollen ihn deshalb einstweilen in der Hütte allein zurücklassen und uns nach den anderen Prinzen umsehen. Der Zweite, welcher auf der nach dem Schloss führenden Straße erschien, war Prinz Felix, der zwar auch einen ziemlich tollen Ritt gemacht, aber seinem Pferd doch wenigstens jede Nacht einige Stunden Ruhe gegönnt hatte. Er durfte deshalb wohl hoffen, das Schloss glücklich zu erreichen und hätte es keinesfalls nötig gehabt, dem Prinzen Baldoin nachzuahmen. Und doch tat er es und beging damit ein Unrecht, das womöglich noch größer war als dasjenige seines Vorgängers. Der Rappe, welcher dem Prinzen Baldoin entlaufen war, war zur Landstraße zurückgekehrt und der Diener hatte ihn eben wieder eingefangen, als Prinz Felix vorüberritt und mit Bewunderung den prächtigen Bau des Tieres betrachtete. Auf seine Fragen erhielt er dieselben Antworten wie sein Vorgänger. Und da der Diener sich hartnäckig weigerte, das Pferd zu verkaufen oder zu vertauschen, so wurde ohne weiteres Gewalt angewandt. »Wenn du nicht mit gespaltenem Schädel hier liegen bleiben willst«, rief der Prinz dem unglücklichen Diener zu, »so mache dich mit meinem Pferd schnell aus dem Staub und sage deinem Herrn, Prinz Felix habe das Ross mit ihm getauscht.« Damit schwang er sich auf den Rappen und ritt im sausenden Galopp davon. Die Strafe für das begangene Unrecht ließ nicht lange auf sich warten, und Prinz Felix lag noch am selben Abend mit gebrochenen Beinen neben dem Prinzen Baldoin in der Hütte der Alten. Der dritte Prinz, welcher nach dem Königsschloss eilte, war in der letzten Herberge mit noch sechs anderen Prinzen, die dasselbe Reiseziel verfolgten, zusammengetroffen. Und die muntere Schar setzte am Morgen die Reise gemeinschaftlich fort. Alle waren fröhlich und guter Dinge, und keiner dachte wohl daran, dass ihn auf der letzten kurzen Strecke Weges noch ein Missgeschick treffen könne. Da sollte plötzlich ein Zwischenfall eintreten, der die Freude in Trauer verwandelte und die gehegten Hoffnungen mit einem Schlag vernichtete. Am Weg saß nämlich ein alter, blinder Bettler, dessen Kram durchfurchte Züge schon allein hätten genügen müssen, um das Herz jedes Menschen zum Mitleid zu bewegen. Er bat im flehentlichen Ton um eine kleine Gabe und streckte die zitternde Hand aus, um sie in Empfang zu nehmen. Doch die Prinzen spotteten seiner und verhöhnten ihn wegen seiner zerlumpten Kleidung. Ja, einer ging in seiner Herzlosigkeit sogar so weit, dass er den Vorschlag machte, den Alten als Vogelscheuche in den nächsten Baum zu setzen. Das frevelhafte Ansinnen wurde von den übrigen mit Jubel begrüßt, und der blinde Bettler wurde trotz seines Bittens und Flehens unter höhnischem Gelächter mit Stricken auf einen Baum gezogen, wo man ihn von aller Welt verlassen zwischen den Ästen niedersetzte. Hüte die Früchte gut vor den Spatzen, rief einer der bösen Gesellen, und lasst ihr die Zeit auf deinem schattigen Plätzchen nicht lang werden. Lasst ihr sie euch nicht lang werden, rief der Bettler zurück, denn bevor ihr das Königsschloss erreicht, dürfte noch mancher Tag vergehen. Kaum war der letzte Ruf verklungen, so war der Bettler verschwunden, und an seiner Stelle saß auf dem Baum eine Trossel, welche mit heller Stimme rief, Ihr Vöglein und ihr Mäuschen, hervor aus eurem Häuschen, helft bauen mir ein festes Schloss für Prinzen, die wie niederer Trotz die Armut heute geschändet, zum Bösen sich gewendet. Augenblicklich schwirrte es in der Luft von zahllosen Scharen großer und kleiner Vögel, und auf dem Feld entstand ein Gewimmel von so vielen Mäusen, dass bald eine über die andere hinweg purzelte. Die Mäuschen schleppten Dornen herbei und die Vögel erbauten davon eine Mauer, welche schon fünfzig Fuß hoch und ebenso dick war, bevor die Prinzen nur einmal recht zur Besinnung kamen. Sie sahen sich plötzlich von allen Seiten eingeschlossen und griffen in blindem Eifer zu ihren Schwertern, um sich durch die Dornen einen Ausweg zu bahnen. All ihr Mühen war jedoch fruchtlos, und sie erreichten nichts weiter, als dass sie sich die Hände blutig ritzten, und dass ihnen die Kleider bald schlimmer in Fetzen am Leib herabhingen, als früher dem blinden Bettler. Ihr frevelhafter Hochmut war plötzlich gebrochen, und seufzend und jammernd beklagten sie ihr trauriges Geschick. Die Nahrungsmittel, welche sie bei sich führten, bestanden nur in sechs Broten, und wenn diese aufgezehrt waren und die Vögel und Mäuschen kein Erbarmen zeigten, so mussten sie den schrecklichen Hungerstod sterben. In den nächsten Tagen zogen noch etwa 20 Prinzen die Straße zum Königsschloss entlang. Und alle bereiteten sich durch ihre Untugenden ein ähnliches Schicksal wie ihre Vorgänger. Keiner erreichte sein Ziel. Endlich erschien als letzter Prinz Arnulf, der mit der Abreise so lange gezögert hatte, weil er sich weder an Schönheit noch auch an Reichtum mit den übrigen Prinzen messen konnte und deshalb nur wenig Hoffnung hegte, die Hand der Prinzessin zu gewinnen. In schwermütige Gedanken vertieft achtete er kaum auf den Weg und fuhr daher erschrocken empor, als plötzlich ein alter Soldat vor ihm stand und ihn flehentlich um Hilfe bat. Ich habe im Kriege ein Bein verloren und bin genötigt gewesen, mich bis hierher mit einem Hölzernen zu behelfen. Leider ist mir dieses heute Morgen durch einen Stoß an einen Stein zerbrochen und ich kann ohne fremde Hilfe die Reise in meine Heimat nicht weiter fortsetzen. Wenn es weiter nichts ist, erwiderte der Prinz. So ist euch leicht zu helfen. Ich kann das Stündchen Weges bis zum Königsschloss recht gut zu Fuß zurücklegen und mein Pferd hat an euch Einbeinigem leichter zu tragen als an mir Zweibeinigem. Darum steigt auf und reitet mit mir zum Königsschloss. Dort will ich euch ein neues Hölzernes Bein anfertigen lassen. Der alte Soldat bestieg das Pferd und der Prinz schritt nebenher und führte es am Zügel. Sie hatten kaum einige hundert Schritte zurückgelegt, so fanden sie mitten auf der Landstraße eine alte Frau, welche vor Ermattung zusammengebrochen war und mit schwacher Stimme um ein Stückchen Brot bat. Brot habe ich leider nicht bei mir, erwiderte der Prinz. Aber wohl noch ein Stückchen Kuchen und ein Schlückchen Wein. Das nehmt beides und es wird euch nicht weniger stärken als Brot. Da ihr jedoch mit euren schwachen Kräften unmöglich die nächste Stadt erreichen könnt, so setzt euch zu dem alten Soldaten auf das Pferd und begleitet mich zum Königsschloss. Dort will ich die Prinzessin Tausendschönchen bitten, dass sie euch mit Speise und Trank stärkt, bevor ihr eure Reise weiter fortsetzt. Der Prinz zog die Alte auf das Pferd und bemerkte lächelnd, dass das Tier das federleichte Gewicht kaum verspüren werde. Als die Reisigen etwa noch eine halbe Stunde vom Königsschloss entfernt waren, erreichten sie eine Frau, welche unter einem schweren Tragekorb keuchte und daneben noch auf ihren Armen ein zweijähriges Kind trug. Wo soll die Reise hingehen? fragte der mitleidige Prinz. Ach, gab die Frau seufzend zur Antwort. Ich habe die schwere Last, nach dem Königsschloss zu tragen und sinke schon jetzt fast unter derselben zusammen. Nun, dann gib her. Mein starkes Ross hat an den beiden Leutchen noch nicht so schwer zu tragen, dass es auf die kurze Strecke nicht auch noch einen Korb fortbringen sollte. Als der Prinz jedoch der Frau den Korb abnehmen und auf das Pferd heben wollte, versagten ihm die Kräfte und er vermochte das schwere Gewicht nicht so hoch zu heben. Kurz entschlossen nahm er den schweren Korb trotz des Widerspruchs der Frau selbst auf seinen Rücken und wanderte ohne Rücksicht auf den sonderbaren Aufzug, in welchem er als Prinz erschien, wohlgemut dem Schloss zu. Prinzessin Tausendschönchen stand eben auf dem Söller und schaute mit Verwunderung auf die sonderbaren Reisigen hinab, welche in den Schlosshof ihren Einzug hielten. Als sie aber den Prinzen Arnulf erkannte, eilte sie ihm freudig entgegen und hieß ihn mit dem Hinzufügen, dass er der einzige von allen Prinzen sei, welcher sich seines Versprechens, nach Jahresfrist zurückzukehren, erinnert habe. Willkommen! Doch in welch sonderbarem Aufzug erscheint ihr hier auf dem Schloss? fuhr sie fort. Und welche noch sonderbarere Reisegesellschaft habt ihr euch auserwählt? Den alten Soldaten traf ich hilflos auf der Landstraße, entgegnete der Prinz. Er hatte sein hölzernes Bein zerbrochen und ich versprach ihm, dass ich ihm hier ein neues anfertigen lassen wolle. Die alte Frau war auf der Landstraße vor Ermattung zusammengesunken und ich möchte sie eurer freundlichen Pflege empfohlen haben. Die andere Frau trug ein Kind auf ihren Armen und keuchte dabei unter der Last eines Tragekorbes, der mir auf der kurzen Strecke fast zu schwer geworden ist. In allen drei Fällen habe ich nur meine Schuldigkeit getan und bitte um Verzeihung, wenn ich die euch gebührende Ehrerbietung außer Acht gelassen habe und euch obendrein noch mit Bitten für arme Mitmenschen belästige. Nichts weiter von Entschuldigungen, rief plötzlich der alte Soldat. Seht her, ich bin der König dieses Landes und habe mit Hilfe der weisen Frau nur euer Herz prüfen wollen. Dabei öffnete er seinen Soldatenrock und zeigte auf der Brust einen großen silbernen Stern. Ich habe euch als einen braven, edlen Prinzen kennengelernt, fuhr er so dann fort. Und darum soll euch die Hand der Prinzessin zuteil werden und noch heute wollen wir die Hochzeit feiern. Auch ich, sprach die alte Frau, indem sie plötzlich im golddurchwirkten Kleid vor dem Prinzen stand. Auch ich war nicht, die ich schien, sondern ich bin eine der Patinnen der Prinzessin und weil ihr euch gegen eine Kranke und Hilfsbedürftige so sehr liebreich erwiesen habt, so verleihe ich euch zum Lohne eine stete Gesundheit. Die alte hatte kaum den Dank des Prinzen entgegengenommen, so nahte auch schon die andere Frau im silberdurchwirkten Kleid und redete den Bräutigam mit den Worten an. Ihr habt mir aus Mitleid die schwere Last abgenommen und sie auf eurem eigenen Rücken hierher in den Schlosshof getragen. Dafür soll der Inhalt des Korbes, der aus lauterem Gold besteht, ein Brautgeschenk für euch sein. Und so, wie ihr die übrigen Prinzen an Tugenden übertroffen habt, sollt ihr sie jetzt auch an Reichtum übertreffen. Doch nun auf zum fröhlichen Hochzeitsmahl, rief der König. Und wenn wir auch bei demselben keine anderen fürstlichen Gäste zu bewirten haben, so wird es uns doch an Heiterkeit und Frohsinn an diesem glücklichen Tag nicht fehlen. Seid um die Gäste nicht verlegen, erwiderte die weise alte Frau. Ich habe die übrigen Prinzen aus ihrer Gefangenschaft erlöst und wenn mich nicht alles täuscht, so reiten sie eben in den Schlosshof ein. Wirklich ließen sich die Prinzen schon nach wenigen Minuten bei dem König anmelden und dabei um Entschuldigung bitten, dass sie in Folge überstandener Abenteuer in zerlumpter Kleidung erscheinen würden. Der König lachte, aber die Prinzen zogen ein recht vertrießliches Gesicht, als sie zur Hochzeitstafel geführt und ihnen Prinzessin Tausendschönchen als Braut des Prinzen Arnulf vorgestellt wurde. Trotzdem verlief die Hochzeit recht vergnügt und wurde durch keinen Misston gestört. Prinz Arnulf lebte mit seiner Gemahlin glücklich und zufrieden und beide erreichten ein hohes Alter. Elisabeth Halden Prinzessin Naseweiß Es war einmal eine Prinzessin so anmutig und freundlich, dass sie alle Leute lieb gehabt hätten, wenn sie nicht so Naseweiß gewesen wäre. Stets war sie mit einer unnützen und vorlauten Bemerkung bei der Hand. Keine Ermahnung und kein Tadel half und ihre Eltern, der König und die Königin, hatten sich schon sehr darüber gekrämt und fürchteten schon, sie werde sich nie mehr in ihrem Leben bessern. Die Oberhofmeisterin, eine sehr würdige Dame, die streng auf Anstand hielt, verletzte die Prinzessin, indem sie zu ihr sagte, »Gibt es wohl noch einen langweiligeren Menschen, als Sie es sind?« Selbst der Kanzler, vor dem doch jeder Respekt hatte, wurde von ihr nicht verschont. Denn sie erklärte ihm, er komme ihr immer wie ein alter Invalide mit einem Stelzbein vor. So einen steifen Gang habe er. Ein sehr gelehrter Professor wurde eines Tages zur Hoftafel eingeladen und wusste nicht genau mit den Gebräuchen beim König Bescheid. Da rief ihm die Prinzessin zu, »Seien Sie nicht so dumm, Herr Professor. Sie haben ja eine falsche Gabel genommen.« Es wurde Besuch im Schloss erwartet. Ein fremder König, der sehr mächtig, aber nicht liebenswürdig war. Der König sagte im Vertrauen zu seiner Gemahlin, »Ich wünschte, unser königlicher Gast wäre längst wieder fort. Seine Besuche sind mehr eine Anstrengung als ein Vergnügen.« Zum Unglück hatte die Prinzessin dies gehört. Und als der ganze Hof versammelt war und der fremde König ganz hultvoll mit ihr sprach und scherzend sagte, »Es gefiele ihm hier so gut, dass er gar nicht wieder fort möchte.« Da erwiderte sie in ihrer schnellen, unüberlegten Art, »Ach nein, Herr König, das wäre meinen Eltern doch nicht angenehm. Die sind froh, wenn ihr Besuch erst vorbei ist.« Der fremde König wurde erst rot, dann blass vor Ärger, und wollte auf der Stelle abreisen und diese Beleidigung durch einen schweren Krieg rächen. Nur mit großer Mühe ließ er sich beruhigen. Aber ganz vergab er es nie. Nun lebte eine Fee im Lande, die sehr mächtig und hoch geehrt war. Das Königspaar hatte sie bei der Taufe der Prinzessin zu Gevatter geladen und bewies ihr stets die höchste Ehre. Von Zeit zu Zeit erschien sie auf dem Schloss, um sich selbst zu überzeugen, wie es ihrem Patenkind ging. Da sie auch sehr klug war, so schütteten die königlichen Eltern ihr bei dieser Gelegenheit ihr kummervolles Herz aus. Die Prinzessin war gerade spazieren gegangen. Als sie zurückkam, begrüßte sie den Besuch mit Freude. Die Fee war eine sehr schöne und stattliche Frau, und die Prinzessin war eigentlich stolz auf ihre Patin. Unglücklicherweise war sie mit ihrer Hofdame eben bei einem Zahnarzt vorbeigekommen und hatte sich den Schaukasten besehen, der an seinem Haus hing. Daran musste sie jetzt denken, als ihr die Fee freundlich zulächelte und man dabei ihre schönen Zähne sah. Die sind wohl falsch. Sie stehen da wie Perlen, sagte sie und zeigte nach dem Mund der Fee. Nein, nein, mein liebes Kind, da irrst du dich, entgegnete die Fee, ohne es übel zu nehmen. Aber der König und die Königin waren außer sich, und die Prinzessin bekam sofort Stubenarrest. Obwohl die Fee so liebenswürdig war, musste sie doch den königlichen Eltern zugeben, dass es so nicht weitergehen könne. Und als sie um Rat und Hilfe gebeten wurde, versprach sie beides, fügte aber hinzu, es wird aber eine harte Arbeit sein, und ohne Schmerz und Not wird es nicht abgehen. Das schadet nichts, sagte der König. Unsere Tochter würde sich durch ihren Fehler ja auch Schmerz und Not bereiten, und anderen Menschen auch. Als die Prinzessin am nächsten Morgen beim Ankleiden in den Spiegel blickte, war sie nicht wenig erstaunt, ihre Nase so weiß wie Schnee zu sehen. Wo hab ich denn das her? fragte sie erstaunt. Das Kopfkissen kann doch nicht abfärben. Sie veranstaltete eine furchtbare Wäsche, aber alles Reiben und Scheuern half nicht. Die Haut ging zwar ab, und es tat sehr weh, aber die Nase blieb weiß wie Schnee. Ich muss krank sein, sagte die Prinzessin und ließ den Leibarzt holen. Der kluge Herr wusste sich zum ersten Mal in seinem Leben keinen Rat. Er verschrieb etwas, das schauderhaft schmeckte, und doch nichts half. Die Prinzessin war sehr unglücklich. Sie verlangte weinend Hilfe von ihren Eltern, aber diese vermochten nichts zu tun. Sie wussten wohl, dass das Ganze von der Fee her rührte, doch sie hüteten sich, dies zu verraten. Nun wollte sich die Prinzessin vor keinem Menschen mehr sehen lassen. Musste sie ihr Zimmer verlassen, so trug sie sechs Schleier, aber die Nase leuchtete durch alle hindurch in ihrem strahlenden Weiß. Das unglückliche Glied wurde nun furchtbar misshandelt. Keine Einreibung war der Prinzessin zu scharf, kein Pflaster stark genug. Zuletzt schwoll die Nase an wie eine Gurke. Der letzte Fetzenhaut war fort, und weiß blieb sie doch. Ob ich mir das Trinken angewöhne, dachte die Prinzessin. Davon soll die Nase ja rot werden. Sie trank eine ganze Flasche Wein aus, aber es half nichts. Sie steckte das Unglücksding bei dem strengsten Frost lange Zeit zum Fenster hinaus. Das Weiß blieb. Sie kniff und stieß daran umher, ohne Erfolg. Obgleich sie sich sorgsam vor fremden Augen hütete, wurde ihr Geheimnis doch bekannt. Und als sie eines Tages verschleiert durch die Straßen fuhr, rief ein kleiner Knabe hinter ihr her, »Da fährt Prinzessin Naseweiß!« Die Leute lachten, und von nun an behielt die Prinzessin diesen Spitznamen. Niemand nannte sie mehr anders. Das blieb ihr natürlich nicht lange verborgen. Erst geriet sie in heftigen Zorn. Dann weinte sie und rang die Hände. Ihr Unglück war auch zu groß. Sie ging zu ihren Eltern und bat sie um die Erlaubnis, in einen tiefen Wald gehen und dort wohnen zu dürfen. Es sei ja doch zu Ende mit ihrem Leben. Die Eltern ließen sie ruhig ziehen. Es wurde ein kleines Häuschen für sie gebaut und mit allem eingerichtet, was sie brauchte. Ihr Essen bereitete sich die Prinzessin selbst. Ganz früh am Morgen musste alles Notwendige in der Nähe auf einen großen Stein gestellt werden. Dort holte sie es sich ab und so brauchte sie keinen Menschen zu sehen. In der tiefen Einsamkeit legte sich der Zorn der Prinzessin und sie wurde sehr traurig. Sie erkannte ihr Unrecht und sah ein, dass sie selbst an ihrem Unglück schuld war. So verging eine lange Zeit. Die Prinzessin wurde immer demütiger und fand sogar ihren Spitznamen Prinzessin Naseweiß gerecht. Sie nahm sich fest vor, nie wieder so vorlaut zu sein. Aber jetzt war es zu spät. Eines Tages vernahm sie Schritte in ihrer Einsamkeit und erblickte eine alte Frau, gebeugt, mit wirren grauen Haaren und einer Nase so rot wie ein Rubin. Sie war wirklich sehr hässlich und zu suchen hatte sie hier auch nichts, denn es war doch streng verboten, die Prinzessin zu stören und die Umgebung ihres Häuschens zu betreten. Trotzdem sprach sie freundlich zu der Alten, lud sie zum Ausruhen ein, da sie ermüdet schien und labte sie mit Speise und Trank. Die alte Frau dankte ihr und sagte, »Ach, wie wohl tut es mir, wenn ich einmal einem freundlichen Menschen begegne. In der Regel verspotten sie mich wegen meiner funkelnden Nase und nennen mich einen Trunkenbold, ganz mit Unrecht.« »Das ist sehr traurig«, sagte die Prinzessin teilnehmend. »Ich finde eine rote Nase doch gar nicht so schlimm. Eine weiße ist viel Ärger.« »So kann man wohl sprechen, wenn man eine so schöne Nase hat«, meinte die Frau. »Wie, ich?« fragte die Prinzessin. »Du lieber Himmel, ich bin unglücklich genug. Aber ich habe die weiße Nase zur Strafe für meine Nase-Weisheit erhalten.« Die Besucherin versicherte wieder, an der Nase der Prinzessin sei nichts auszusetzen. Und da diese ihr nicht glaubte und es keinen Spiegel im Haus gab, weil die Prinzessin nicht hineinsehen wollte, so führte sie die alte Frau an eine Quelle, die nahe vorbeifloß. Mit Widerstreben schaute die Prinzessin hinein. »O Wonne!« Die Nase war wieder wie sie gewesen. Sie war nicht länger Prinzessin Nase-Weis. In demselben Augenblick verwandelte sich die alte Frau in die schöne Fee, die sie in die Arme schloss und ihr lächelnd Glück zu ihrer Heilung wünschte. Geheilt war die Prinzessin nun wirklich, innerlich wie äußerlich. Sie kehrte hochbeglückt zu ihren Eltern zurück und war nie mehr Nase-Weiß. Den Spitznamen verlor sie nicht so bald, weil sich die Leute daran gewöhnt hatten. Sie ertrug ihn aber geduldig als Erinnerung an vergangenes Unrecht, das sie getan hatte. Auguste Teneff Die schöne Elzbett Es war einmal ein junger Königssohn. Zudem sprach sein Vater, »Seitdem deine Mutter, die Königin Ulrike, gestorben, ist es öde und traurig in unserem Haus. Gehe jetzt, dir eine Frau zu erwählen, damit ich noch Freude und Wonne in meinen alten Tagen erleben möge. Zwar wird es mir lieb sein, wenn sie holt und schön von Angesicht ist, damit auch das Landesvolk sich an dem Anblick einer lieblichen Königin der Götze. Aber sieh vor allem zu, Sohn, dass sie ein gutes Herz hat. Sonst bist du übel dran, dein Leben lang.« Da antwortete der junge Prinz, »Dafür lass mich nur sorgen, mein Vater, ich will die Rechte schon finden. So ich sie dir heimbringe, wirst du dich wundern und mich loben.« »Ei«, sprach der Vater, »wie weise sich das Söhnchen düngt!« »Schon manches Büschchen«, sprach so, ehe es in die weite Welt hinauszog, und wurde am Ende doch betrogen. Aber warte, »Ich gebe dir ein Ringlein mit, das dir vortreffliche Dienste leisten kann.« Dies ist der echte Ring des Königs Salomon, der den Stein der Weisen umfasste. Der Stein ist verloren gegangen, und seitdem steht es in keines Menschen Macht mehr, alle seine Wünsche zu befriedigen. Der Ring in dessen besitzt immer noch so viel Zauberkraft, dass, macht der Besitzer desselben einen Weisen Gebrauch davon, er damit noch glücklich werden kann. Wenn du ihn am Finger herumdrehst und einen Wunsch aussprichst, wird er aus alter Anhänglichkeit an unsere Familie dir diesen nicht versagen. Mehr als drei Wünsche, dem Ring auszusprechen, lieber Sohn, kann ich dir aber nicht erlauben. Denn mit der Zauberei ist es ohnehin bald vorbei. Da steckte der Sohn den Ring lachend an den Finger und sprach, »Schon gut, mein Vater. Morgen will ich unsere Burg verlassen und sie nicht wiedersehen, bis ich dir bringen kann, was unser Herz wünscht.« Am anderen Morgen zog der Prinz mit stattlichem Gefolge von dannen. Die Helme blitzten im Sonnenstrahl, und Herr und Diener trabten auf munteren Rossen lustig des Weges dahin. Köstliche Schätze an Gold und Silber führten sie mit sich, zum Geschenk für die Braut. Gar herrliche Länder durchritten sie und kamen an manch prächtigem Schloss vorbei und wurden gastlich empfangen. Viele edle Frauen und Jungfrauen schauten aus den Fenstern dem schönen Prinzen nach, wenn er wieder fortzog. Sie hätten ihn gerne länger beherbergt, aber er eilte weiter mit ruhelosem Sinn. Wenn ihn seine Diener daran erinnerten, dass sie schon lange von Hause fort seien und ob er diese oder jene Prinzessin nicht heimführen wolle, so hatte er immer etwas einzuwenden. Die eine war ihm zu groß, die andere zu klein, die eine lachte zu viel und wieder eine andere sah so weinerlich aus. Da mussten seine Diener wohl immer wieder mit, so gern sie auch nach Hause geritten wären, denn die meisten hatten ihr Liebchen daheim. Als aber des Herumziehens kein Ende war, sprachen sie eines Tages zum Prinzen, wenn ihr durch die ganze Welt reisen wollt, so tut das allein, wir wollen jetzt heimkehren. Diese bat nun seinerseits, sie möchten doch noch eine kurze Zeit verweilen. Sie könnten sich mit Tanz und Spiel die Zeit verkürzen. Inzwischen wolle er einmal allein sein Glück versuchen und dann sehr bald an diesem Ort wieder mit ihnen zusammentreffen. Im Land am Niederrhein war weit und breit die schöne Elzbeth berühmt, welche auf Öderheide die Stiele der Ginsterplume zu Besen band und diese verkaufte. Ihre Schönheit war so unvergleichbar, dass manche Leute behaupteten, sie wäre ein Engel, der nur deshalb auf die Erde gekommen sei, um zu sehen, welche Menschen solch armem Kind für ein paar Pfennige Besen abkaufen würden. Doch das war nur ein Gerede. Die Elzbeth war eine Weise, die sich redlich mit Besenbinden ernährte. Nun kam es, dass der Prinz durch dieses Land ritt. Sein Weg führte ihn über die einsame Heide, wo die Elzbeth ihre Besen zu Binden pflegte. Gerade ruhte sie aus und pflückte Rosen vom wilden Rosenstrauch, der am Weg stand. Da sah sie den Ritter herankommen und stellte sich erstaunt an den Weg hin. Solch blanke Rüstung, solch Blitzen im Sonnenschein hatte sie noch nie gesehen. Als der Prinz aber näher herankam, dachte sie bei sich selbst, wie stehst du doch so albern hier und gaffst und lief schnell hinweg. Der Prinz hatte die schöne Elzbeth gesehen, die war ihm nun gerade recht nach seinem Sinn. sie war nicht so groß und nicht so klein, sie lachte und weinte nicht. Aber wie sollte er es anfangen, sie wiederzusehen, sie musste sich irgendwo verborgen haben. Er gewahrte sie nirgends mehr. Da fiel ihm der Ring ein. Er drehte ihn rasch am Finger herum und sprach, Ringlein, Ringlein, dreh dich um, mach mich alt und mach mich krumm. Geht das holde Kind vorbei, dass ich dann kein Prinz mehr sei. Augenblicklich wurde der Prinz zu einem alten, krummen Männlein. Er setzte sich auf einen Stein am Weg und wartete, bis Elzbeth zurückkam. Das geschah auch wirklich. Da sprach er, Ach, liebes Mädchen, geh nicht vorüber, hilf einem armen Wandersmann. Meine Füße wollen mich nicht weitertragen. Vor Hunger und Durst verschmachte ich fast. Wie dauert ihr mich, guter Mann? sagte Elzbeth. Ich weiß eine Höhle im Sandberg, nicht weit von hier. Da wohnte vor Zeiten ein Steinklopfer mit seiner Familie. Dahin will ich euch geleiten. Ruht dort aus, unterdessen ich zur Stadt eilen will, um meine Besen zu verkaufen und um Brot und Milch zu eurer Stärkung zurückzubringen. Der Alte folgte Elzbeth und wartete in der geräumigen Höhle, wo er Moos zu einem Lager fand, bis sie wiederkam und ihn mit Brot und Milch erquickte. Bleibt nun hier, sprach sie. Morgen will ich wiederkommen und sehen, wie es euch geht. Als Elzbeth am anderen Tag wiederkam, ging es dem Alten viel schlechter. Er verbot ihr aber, jemandem seinen Aufenthalt zu verraten und bat, sie möge doch alle Tage kommen, ihm etwas zu essen zu bringen. Das versprach die Elzbeth zu tun und fragte noch, als sie ging, ob sie ihm ihr Gebetbuch leihen solle. Ja, das bringe nur, entgegnete er. Ich kann es jetzt gut gebrauchen. Der Prinz freute sich im Stillen, denn er merkte an allem, dass sie gut und fromm war. Nun musste sich die Elzbeth und tüchtig plagen. Das Besenbinden bringt ohnehin nicht viel ein und jetzt musste sie für zwei sorgen. Dazu kam, dass der Fremde, als er an der Besserung war, großen Appetit zeigte. Am Morgen sagte er zu Elzbeth, Du bringst mir doch noch etwas zu essen vor Abend. Das tat er aber, weil er so große Sehnsucht hatte, sie wiederzusehen, und er dachte, ich will es ihr reichlich vergelten, was sie an mir tut. Elzbeth kam auch immer lieber zu dem Kranken und plauderte gerne mit ihm. Eines Tages sagte sie, Wenn du kein so silberweißes Haar hättest und so gebückt einhergingest, würde ich glauben, du wärst so alt noch nicht. Auch ist es mir, als hätte ich dich schon irgendwo gesehen. Es geht mir ebenso, meinte der Alte. Ich glaube, ich bin dir schon an einem anderen Ort begegnet. Am anderen Tag sagte er, Ich bin jetzt wieder gesund und wohl. Gleich will ich weiterziehen und du wirst dann deine Mühe nicht mehr haben, hierher zu kommen. Da wollte Elzbeth gehen. Sie drehte sich aber doch noch einmal um und fragte, Sollte es sich wohl treffen, des Sonntags, wenn ich zur Kirche gehe, euch auf dem Weg zu begegnen? Nein, meinte der Alte. Ich gehe weit fort von hier und komme erst nach zehn Jahren wieder. Kommt ihr dann in dieses Land? fragte sie weiter. Auch das glaube ich nicht, entgegnete er. Da wischte sich Elzbeth mit der Schürze ein paar Tränen aus den Augen. So leid tat es ihr, dass er fortgehen wollte. In demselben Augenblick drehte der Prinz den Ring am Finger und sprach leise, Ringlein, Ringlein, eile dich, mache jung und freundlich mich, dass die liebe Elzbeth dort nimmer von mir gehe fort. Als Elzbeth die Schürze von den Augen tat, stand der schöne Prinz da, den sie am Rosenstrauch gesehen hatte. Vor Erstaunen konnte sie kaum sprechen. Endlich aber sagte sie, warum habt ihr mir das angetan? So ihr jung und gesund wart, konntet ihr euch selbst helfen und ich wäre nimmer zu euch gekommen. Ach, liebe Elzbeth, sagte der Prinz, das tat ich alles aus großer Liebe zu dir und willst dir reichlich vergelten, was du an mir tatest. So ist dir nun Leid verursacht, von dem alten Pilger zu scheiden, wirst du doch den jungen Prinzen nicht verlassen wollen. Da zürnte Elzbeth nicht mehr und er trete noch einmal den Ring am Finger und sprach, Ringlein, Ringlein, bringe noch einen Schimmel, der trägt fort meine schöne Königin mit dem guten, frommen Sinn. Gleich wirrte draußen vor der Höhle ein prächtiger Schimmel. Auch des Prinzen verlorenes Pferd stand daneben und herrliche Kleider, wie sie die Prinzessinnen tragen, lagen auf dem Schimmel. Darin kleidete sich Elzbeth. Als sie da zu Pferd saßen, dachte der Prinz, dass seine Augen noch niemals eine schönere Frau gesehen hätten. Wie er wieder zu seinen Dienern kam, waren diese erstaunt und bestürmten ihn mit Fragen, wo er die schöne Prinzessin hergeholt habe. Er sagte aber, wenn ihr mitgegangen wäret, hättet ihr es gesehen. Nun braucht ihr es nicht zu wissen. Als der Vater die Elzbeth sah, wurde er vor Freuden wieder jung und acht Tage lang wurde die Hochzeit mit großer Pracht und Herrlichkeit gefeiert. Heinrich Seidel Prinzessin Zitrinchen Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Zitrinchen. Das war die niedlichste Prinzessin auf der Welt. Als sie geboren wurde, war sie nicht größer als ein kleiner Finger. Und obgleich sie sich alle Mühe gab zu wachsen, da war sie doch in ihrem achtzehnten Jahr nur so groß, dass sie, wenn sie die Arme ausstreckte, gerade auf den Tisch reichen konnte. Nun bin ich groß, meinte Zitrinchen, wenn ich nur nicht so klein wäre. Um diese Zeit sagte eines Tages die Königin zu ihrem Mann, dem König, nun wäre es wohl soweit. Hm, sagte der König. Ich glaube, es nimmt sie nur keiner. Das Format ist zu geringfügig. Man muss es versuchen, antwortete die Königin. Gut, versuchen kann man es, sagte der König. Er ließ in die allgemeine Heiratszeitung für Prinzen setzen, Es ist eine Prinzessin zu haben. Sie bekommt ein Herzogtum mit und ein schönes altes Schloss mit Hühnerhof und Springbrunnen. Ordentliche Prinzen können sich melden, da und da. Da es nun in der Welt stets eine Menge unverheiratete Prinzen gibt, die nichts zu regieren haben und ein Herzogtum sehr wohl gebrauchen können, so kamen nacheinander und da eine ganze Menge in das Königreich geritten, um sich die Prinzessin anzusehen. Beinahe alle Tage kam einer und an manchen Tagen sogar zwei. Wenn aber der König nach ihren Zeugnissen fragte und sie hatten keine oder es stand darin ungenügend oder gar schlecht, mussten sie gleich wieder umkehren und durften sich gar nicht sehen lassen. Als die kleine Prinzessin zuerst davon hörte, dass sie heiraten sollte, da klatschte sie in die Händchen und rief, Ach, wie nett! Nun werde ich einen Mann bekommen, wenn es nur ein recht hübscher ist. Einen Schnurrbart muss er haben und goldene Sporen. Aber Zitrinchen sollte sich wundern. Da kam zuerst Prinz Wasserstiefel ins Land. Er kam geritten auf einem Pferd, wenn das auftrat, da zitterten alle Fensterscheiben in der ganzen Straße und sein gewaltiger Schnurrbart fegte zu beiden Seiten die Häuser. Das ist einer, sagten die Leute und liefen an die Fenster, als er vorbeiritt und alle Kinder sperrten den Mund auf, denn so etwas hatten sie noch nicht gesehen. Prinz Wasserstiefel aber, der gern Spaß machte, beugte sich im Reiten nieder und griff mit der einen Hand einen Knaben und mit der anderen ein Mädchen und steckte jedes oben in einen von seinen gewaltigen Stiefeln, das nur Kopf und Arme hervorsahen. Und dann zog er ein fürchterliches Messer hervor und rief, Ihr seid schön fett, Euch will ich zum Frühstück essen. Die Kinder aber zappelten mit den Armen aus den Stiefeln hervor und schrien ganz jämmerlich, denn sie dachten, es wäre ernst. Und alle Kinder auf der Straße fingen an zu schreien und aus allen Fenstern sahen die Mütter mit halbem Leib hervor und riefen Hilfe. Es war ein erbärmlicher Spektakel. Piepdinger, sagte Prinz Wasserstiefel, können keinen Spaß vertragen. Und dann setzte er die Kinder ganz sanft nieder auf die Straße und lachte, dass die Schornsteine von den Dächern fielen. Als er dann die Schlosstreppe hinaufstieg, ging's bumm, bumm, so dass die Königin fragte, warum denn schon wieder Holz abgeladen würde. Und als er durch die große Flügeltür in den Thronsaal trat, musste er sich bücken und seinen Schnurrbart zusammennehmen, denn mit dem war er sehr eigen. Guten Tag, sagte er. Ich habe gehört, es soll hier eine Prinzessin zu haben sein. Kann man sie wohl zu sehen bekommen? Du lieber Himmel, sagte Prinzessin Zitrinchen, als sie den mächtigen Freiersmann erblickte. Was piept da? fragte Prinz Wasserstiefel. Ist da was? Es ist die Prinzessin, sagte der König. Sie bekommt ein Herzogtum mit und ein schönes altes Schloss mit Hühnerhof und Springbrunnen. Wo? fragte der Prinz. Wo ist sie? Ich denke, man darf sie sich ansehen. Endlich entdeckte er Prinzessin Zitrinchen, die auf ihrem kleinen Thronsessel saß und sich mit ihrem Fächer heftig fächerte, denn die Sache gefiel ihr gar nicht. Das da? sagte Prinz Wasserstiefel und er fing an, so unbändig zu lachen, dass sich alle Hofdamen die Ohren zuhielten und allen Kammernherren die Knie zitterten. Da will ich nur lieber gleich wieder nach Hause reiten, sagte er. Von der Prinzessin kann ich keinen Gebrauch machen. Sie ist mir zu unbeträchtlich. Ich könnte sie unterwegs verlieren. Und dann trabte er wieder aus dem Saal hinaus und die Treppe hinab und von Zeit zu Zeit hörte man sein furchtbares Lachen wie den fernen Donner eines abziehenden Gewitters. Am Abend saß er aber im Gasthof zum goldenen Elefanten und trank Bier aus Fässern, denen er den Boden einschlug und erzählte allen, die es hören wollten, so etwas sei ihm im ganzen Leben noch nicht vorgekommen. Das war nun der Erste, sagte Prinzessin Zitrinchen. Es ist am Ende ganz gut, dass er mich nicht genommen hat. Ich glaube, es wäre mir auch nicht bekommen. Der nächste Prinz, der vorgelassen wurde, war Prinz Silberstiefel. Der war schwermütig und trug Locken und ihn überkam manchmal das Ferse machen. Er ritt auf einem weißen Maultier und hatte eine Laute an silbernem Band umgehängt. Am meisten liebte er Mondschein und Eisbeesees. Als er Zitrinchen gesehen hatte, sagte er, sie sei zierlich wie eine Gazelle des Morgenlandes und er wolle am anderen Tag wiederkommen. Er kam aber nicht wieder, sondern saß im Gasthof zum weißen Lamm die ganze Nacht und schrieb auf rosa Papier ein langes Entsagungsgedicht und schickte es am anderen Morgen mit dem königlichen Postboten. Es reimt sich ordentlich, sagte Zitrinchen. Aber haben will er mich auch nicht. Einen Schnurrbart hatte er nicht und auch keine goldenen Spuren. Aber wunderschöne blonde Locken, und nach und nach kamen immer mehr Prinzen ins Land. Blonde, braune und schwarze, dumme und kluge, kurz, Prinzen von allen Arten. Aber Prinzessin Zitrinchen bekam keinen von allen. Der letzte war Prinz Knickstiefel. Der hatte einen Rock an, der schon dreimal gewendet war und kam zu Fuß, denn ein Pferd ist ein unvernünftiges Tier, sagte er, und kennt nichts als Fressen und Saufen und überdies ist zu Fuß gehen viel gesünder. Vor der Stadt stäubte er seine Stiefel ab und band sich einen reinen Hemdkragen um und ging dann in den Gasthof zum billigen Mann, wo er in einem Dachstübchen vier Treppen hoch Quartier bestellte. Hier hat man eine schöne Aussicht, meinte er, und was Treppen steigen kräftig, das glaubt man gar nicht. Guten Tag, sagte er, als er in den Saal trat. Es soll hier ein Herzogtum zu haben sein. Es ist eine Prinzessin zu haben, sagte der König. Sie bekommt ein Herzogtum mit und ein schönes altes Schloss mit Hühnerhof und Springbrunnen. Schön, meinte der Prinz. Wie ist es denn mit dem Herzogtum? Hat es eine gute Lage? Es liegt an der Sonnenseite, sagte der König, und das Schloss ist erst im vorigen Jahr neu tabiziert. Und neue Gardinen, sagte die Königin. Sehr schön, erwiderte Prinz Knickstiefel. Sind auch kalekutische Hühner da? In dem Hühnerhof sind sowohl kalekutische Hühner als Pramaputra, sprach die Königin. Und der Springbrunnen ist der schönste im ganzen Land. Lassen wir den Springbrunnen, sagte Prinz Knickstiefel. Ich lege kein Gewicht darauf. Was die Prinzessin betrifft, so bitte ich um ihre Hand. Aber ihr habt sie ja noch gar nicht gesehen, sagte der König. Und Prinzessin Zitrinchen ward ganz rot und fächerte sich, dass es nur so rauschte. Die wird nicht viel essen, dachte Prinz Knickstiefel, als er die Prinzessin bemerkte. Dann beugte er vorsichtig, ohne den Erdboden zu berühren, ein Knie und sprach, schönste Prinzessin. Ich liebe euch. Zitrinchen hätte gar zu gern einen Prinzen geheiratet. Aber diesen wollte sie doch auch nicht. Ich danke euch, Herr Knickstiefel. Aber ihr könnt wieder nach Hause gehen. Es tut mir sehr leid, dass ihr die weite Reise gemacht habt. Als er fort war, sagte der König, ich habe es ja gleich gesagt, es nützt nichts. Und dann ließ er in die Zeitung setzen, es wäre nun gut und die Sache hätte ein Ende. Prinzessin Zitrinchen ward aber sehr traurig und saß in ihrem Zimmerlein und weinte. Und kein Mensch tröstete sie, denn die Eltern wummte es, dass sie eine Tochter hatten, die niemand haben wollte. Einen Prinzen muss ich haben und wenn ich ihn mir aus der Erde graben soll. sagte Zitrinchen. Und eines Morgens in der Früh, als die Eltern noch schliefen, sattelte sie selbst ihr Pferdchen Schlenkerbein und rief ihr Hündchen Trippeltrip und kletterte mit Schemel und Stuhl auf das königliche Bett ihrer Eltern, küßte sie leise unter vielen Tränen zum Abschied und ritt fort in die weite Welt hinaus. Wie ist es ihr denn da ergangen? Wenn man viele, viele Meilen in der Welt immer gerade ausreitet, dann kommt man an das Meer. Und wenn man über das Meer ist und immer weiter reitet, dann gelangt man an ein großes, viele Meilen langes Gebirge. Und wenn man links um das Gebirge herumgeritten ist, so ist da eine fürchterliche Wüste, wo kein Baum und kein Strauch und kein Wasser ist, nur Sand und Luft, soweit man sehen kann. Und am Ende der Wüste liegt eine hohe Mauer. Die ist ganz steil und glatt. Und dahinter liegt das Märchenland. In dem Märchenland ist es wunderherrlich. Und jeder findet dort, was er sich am meisten gewünscht hat. Dort lebt Prinzessin Zitränchen mit dem niedlichsten Prinzen von der Welt, in Herrlichkeit und Freuden. Und wer's nicht glaubt, mag sie selbst besuchen. Aber das ist nicht so leicht. Denn wenn man auch in dem Meer nicht ertrunken oder in dem Gebirge nicht von den wilden Tieren gefressen oder in der Wüste nicht verhungert oder verdurstet ist, so ist noch immer die furchtbare Mauer da. Und gelingt es auch, die Mauer zu ersteigen, so streicht dicht über sie hin der schneidend scharfe Wind der Wirklichkeit, der einem gleich den Kopf abreißt, so wie man ins Märchenland schauen will. In der Mauer aber ist nur ein einziger Eingang, verborgen und unsichtbar unter Geklüft und Geröll. Und er ist sehr schwer zu finden. Ludwig Bund Die verlorene Prinzessin Vor vielen langen Jahren lebte einmal ein sehr guter reicher Fürst, der so überaus von seinem Volk geliebt wurde, dass keiner etwas tat, was ihn hätte betrüben können. Dieser Fürst verheiratete sich mit einer schönen königlichen Prinzessin, die ebenso reich und gut war wie er selbst. Am Hochzeitstag war das ganze Land in freudiger Aufregung und alles jubelte Hoch, das edle Fürstenpaar! Aber die junge Fürstin war auch herzlich gut und bald überstieg die Liebe des Volkes für sie, die, welche es für den Fürsten fühlte. Sie suchte das Elend überall auf und strebte es schnell durch Rat und Tat zu verdrängen. Sie half den Armen durch reiche Gaben empor und pflegte die Kranken mit eigener Hand. So kam es, dass bald im ganzen Land fast kein Unglücklicher war und selbst der Tod schien aus demselben Verband. Denn selten brach ein Herz unter seinem eisigen Hauch. So lebte der Fürst mit seiner Gemahlin und auch das Volk im Genuss des heitersten Friedens, bis nach einiger Zeit das Glück noch bedeutend vermehrt wurde. Die Fürstin schenkte dem Land ein allerliebstes gesundes Prinzesschen. Da schallte nun Jubel von allen Seiten. Der Fürst, ganz hingerissen von Vaterfreuden, erließ dem Volk für ein ganzes Jahr den Zehnten und ließ eine mondenlange Feier ansetzen, wobei jedem Wein Kuchen und Braten gereicht wurde. Plötzlich aber, als noch die Stimmen des Jubels zum Himmel schallten, wogte wie mächtiger Strom eine unheilvolle Trauerkunde durch das Land. Der Tod hatte die schönste Blume geknickt. Die Fürstin war tot. Da erfasste die Trauer jedes Herz und niemand hatte den Mut, sich empor zu richten. Der Fürst verschloss sich in seine Gemäche und er wäre wohl gerne gestorben, wenn ihn nicht noch ein teures Glied in der Kette des Lebens zurückgehalten hätte. Und das war seine liebe kleine Prinzessin. Als sich sein Schmerz etwas gemindert hatte, ließ er das mutterlose Wesen in seine Zimmer bringen und seit der Zeit lebte er nur für das Kind. Zwölf Wärterinnen und zwölf Armen, wozu sich die besten Damen des Landes freiwillig stellten, waren stets abwechselnd um das Prinzesschen. Aber der Fürst trug es selbst am meisten auf seinen Armen. Das Prinzesschen wurde in Purpur und Seide gekleidet und der Fürst ließ ihm eine diamantene Krone machen, die man ihm auf einem Purpurkissen vorantrug und als Zeichen, dass es schon Verlust erlitten, ließ ihm der Fürst ein schwarzes Ringlein an einen Finger stecken. In den Ring war ein Stein gefasst, der ein ganzes Königreich an Wert hatte und der einen solchen Glanz von sich gab, dass die Wärterinnen ein Tuch darüber deckten, um nicht Augenschmerzen zu bekommen. Das Prinzesschen wuchs schnell heran und bald lief und plauderte es so allerliebst, dass sich alle Welt darüber wunderte. Es trug schon seine Krone selbst und lief so bis ins vierte Jahr hinein. Die Armen und Wärterinnen wurden nun mit reichen Geschenken entlassen. nur drei alte Gräfinnen blieben im Schloss zurück, um das Prinzesschen auch ferner zu überwachen. Nun wurde das Prinzesschen aber eine Prinzessin und der Fürst versuchte ihr den schwarzen Ring vom Finger zu streifen, aber es ging nicht, denn er war fest eingewachsen und der Fürst wollte ihn nicht mit Gewalt herunterbringen lassen, weil er Furcht hatte, dem Kind Schmerzen zu machen. So blieb denn der Ring an der Hand der Prinzessin stecken. Nun hatte aber die Prinzessin allen Willen und da ihr niemand ein böses Wörtchen sagen durfte, so wurde sie eigensinnig und oftmals sogar gegen die alten Gräfinnen recht unartig. Der Fürst hatte sie zu lieb, um sie je zurechtzuweisen und so wurde sie eine recht verzogene Prinzessin. Eines Tages wollte sie durchaus allein im nahen Park spielen und da es ihr nicht gleich gewährt wurde, weinte sie viele Stunden, bis endlich der Fürst von ihren Tränen besiegt ihrem Verlangen nachgab. Die Prinzessin legte nun ihre Krone ab, damit sie recht frei war und lief eilig in den Park. Die drei alten Gräfinnen schlichen aber in einiger Entfernung hinter ihr her, um sie im Auge zu behalten. Die Prinzessin merkte das und hurtig versteckte sie sich im Gebüsch und alsbald suchten die Gräfinnen vergebens und in aller Angst umher. Als diese nun suchend weit genug fort waren, kam die kleine Prinzessin wieder hervor und tummelte sich nun verknögt umher. Als sie schon lange gespielt und eine Menge Blumen gepflückt hatte, lief sie tiefer in den Park hinein. Da kam des Weges eine Bande vagabunden daher. Und da die Prinzessin niemals so lumpiges Volk gesehen hatte, blieb sie neugierig stehen und betrachtete den Zug. Da warf die Sonne gerade einen Strahl durch das schattige Gebüsch auf die Prinzessin und blitzte in dem reichen Stein, im schwarzen Ringlein. Ein altes, hässliches Weib sah den Glanz und gleich kam dieses auf die Prinzessin zu und besah ihre kleine Hand mit Wohlgefallen. Dann hielt sie ihr kleine geschnitzte Spielsachen hin und streichelte ihr die zarten Bäckchen. Die Prinzessin war ganz erstaunt, doch ließ sie sich alles von der hässlichen Alten gefallen. Aber plötzlich fühlte sie sich von ihr erhoben. Und als sie nun laut schreien wollte, steckte ihr die Alte den Zipfel eines Tuches in den Mund und lief eilig mit ihr ins dichte Gebüsch. Als die Gräfinnen die Prinzessin nicht fanden, liefen sie mit großem geschreien schloss und meldeten dem Fürsten, dass sie die Prinzessin verloren hätten. Der Fürst zuckte erschrocken zusammen und verlor fast die Besinnung. Dann ließ er gleich alle Diener kommen und mit ihnen durchsuchte er den Park. Nach allen Richtungen wurden Busch und Strauch durchstöbert. Überall rief der Fürst den Namen seiner Prinzessin. Doch man fand sie nicht. Man suchte bis zur Nacht und durch die Nacht hindurch. Doch nirgends war eine Spur zu finden. Da verschloss sich der Fürst in seine Gemäche und jammerte und verschmähte viele Tage Speise und Trank. Nach allen Richtungen wurden Boten ausgeschickt. Viele starke Ritter boten dem Fürsten ihre Dienste an und zogen in alle Lande um die Prinzessin zu suchen. Doch als sie alle ohne See zurück kamen, gab es wieder im ganzen Land eine tiefe Trauer. Der Fürst glaubte nun, die Prinzessin wäre ihm durch einen Zauber entrissen. Und alsbald ließ er alle Zauberer von nah und fern zu sich laden und flehte sie um Hilfe an. Er versprach ihnen die reichste Belohnung und ließ sie alle in seinem Schloss wohnen, dass er ihre Bemühung sehen konnte. Aber es war vergebens. Keiner konnte Auskunft über die verlorene Prinzessin geben. Und nun fühlte sich der Fürst in seinem Reichtum arm wie ein Bettler. Die kleine Prinzessin war indessen weit fort, in einem anderen Land und weinte sich die blauen Äuglein rot. Als sie auf den Armen der Alten zu der Bande gebracht war, eilte diese so sehr sie nur konnte davon, über die Kränze, immer die geheimsten Wege bis zur Nacht. Unterwegs hatte die Alte die Prinzessin in ein schmutziges Tuch gewickelt, dass die prächtigen Kleider nicht zu sehen waren. Und als sie müde geweint war, schlief sie trotz Angst und Jammer auf den Armen der Alten ein. Erst am Abend, als die Bande in einen großen Wald kam, erwachte sie, und da sie sich von den fremden Gestalten umgeben sah, fing sie bitterlich zu weinen an und rief nach ihrem Vater. Die Alte sagte ihr, dass sie am anderen Tag zum Vater zurück sollte, und damit tröstete sich Einige hatten Feuer angemacht, andere spannten die leichten Zelte auf, und bald wurde gekocht und gebraten, was die Bande sich am Tag geraubt und erbettelt hatte. Zitternd saß die Prinzessin in einer Ecke, und die Augen aller sahen begierig nach ihrem Händchen, an welchem der Stein beim Schein des Feuers helle Strahlen warf. Bald verzehrten die Vagabunden ihr Prinzessin wurde in einem kleinen Holznäpfchen davon gereicht. Doch sie schob es weinend zurück und dachte reuevoll, wie oft sie im väterlichen Schloss die schönsten Leckerbissen eigensinnig verschmäht hatte, und traurig sank ihr Köpfchen auf die Brust herab. Nach dem Essen kam die hässliche Alte wieder zur Prinzessin, fasste sie gar unsanft an und zog ihr die prächtigen Kleider aus. Die Prinzessin weinte und bat. Ja, sie sträubte sich sogar wie zu Hause, doch es half nichts. Die Kleider wurden ihr alle abgerissen und dafür wurde sie in schlechte Lumpen gesteckt. Dann griff die Alte hastig nach dem Händchen und versuchte das schwarze Ringlein vom Finger der Prinzessin zu streifen. Sie riss so sehr an dem zarten Finger, dass schlugte. Da sagte eine raue Stimme, schneide ihr den Finger ab, was ist viel daran gelegen? Nun schrie die arme Prinzessin von Neuem und wirklich kam der, welcher eben das Entsetzliche gesagt hatte, mit einem Messer heran. Der Mund wurde ihr zugehalten, doch in dem Augenblick löste sich der Stein aus seiner Fassung und die Alte hielt ihn jauchzend in ihren So war die Prinzessin der Gefahr entkommen, doch sie fiel fast besinnungslos auf einige alte Gerätschaften nieder. Alle vagabunden, jung und alt, umtanzten fröhlich das Feuer, bis sie sich zuletzt um dasselbe lagerten und einschliefen. Die Prinzessin aber schlief nicht, sie dachte an ihren Vater und bereute tief allen Eigensinn, den sie jemals gezeigt hatte. Noch ehe der Morgen kraute, stand die Bande auf und rüstete sich zum Abmarsch. Die alte aber kam wieder zur Prinzessin, beschmierte ihr das feine, schöne Gesicht mit einer trüben Flüssigkeit, zerzauste ihr das gelockte Haar und verwandelte sein helles Gold in ein schmutziges Braun. Dann band sie die Prinzessin in ein grobes Tuch und befestigte sie sich auf dem Rücken. Nach Augenblicken zog die Bande vorsichtig schleichend doch eilig davon. Im Land des Fürsten lebte in einem großen Wald ein alter Einsiedler, dem der Fürst einst durch seinen Mut das Leben gerettet hatte. Dieser Mann verstand sehr viel von der Zauberei, doch er wendete seine Kunst immer nur zum Guten an. Er war dem Fürsten so recht von Herzen ergeben und schon lange hatte er gehofft, dem Herrn einmal einen recht großen Dienst erweisen zu können. Eines Tages erzählten ihm Holzarbeiter von der verlorenen Prinzessin und von der Trauer des Fürsten. Da wurde er aufmerksam und seit jener Zeit dachte er nach, ob er die Prinzessin dem Fürsten nicht zurückbringen könne. Er erkundigte sich im Geheimen nach den Kennzeichen und als er damit bekannt war, zog er aus dem Land fort und suchte überall nach der Prinzessin umher. Viele Jahre zog er vergebens herum und schon wollte er nach seiner einsamen Klause zurückkehren. Da traf er einst eine wandernde Kunstreiter und Seiltänzer Gesellschaft in dem selben Gasthaus, in welchem er übernachten wollte. Er musste in dem selben Zimmer verweilen, in dem die Künstlerschaft mit ihrem ganzen Anhang war. Missmutig setzte er sich in eine Ecke und überließ sich seinen Gedanken. Da gewahrte er sich gegenüber ein wunderschönes bleiches Mädchen, das zusammengesunken da saß, ohne an dem Treiben der übrigen teilzunehmen. Der alte Eremit ließ seine Blicke lange auf dem Mädchen ruhen. Da gewahrte er bei einer Handbewegung desselben einen kleinen schwarzen Ring an einem Finger. Sein Auge blitzte vor Freude, das konnte nur die Prinzessin sein. Er wollte zu der Schönen gehen, um sich Gewissheit zu verschaffen. Da kam ein Mann der Gesellschaft zu ihr und holte sie in den Kreis. Dort forderte man sie auf, dass sie singen sollte. Und als sie sich weigerte, sprach eine barsche Stimme, soll ich deinen Trotz beugen? Da hörte ihr Weigern auf. Sie sang mit einer Stimme so weich und lieblich, dass selbst die rohen Männer, welche sie umgaben, lauschend den Atem an sich hielten. Es schien dem Alten auch, als ob ein Engel über ihr schwebe, der ihr Melodie und Text in die Seele hauchte. So sang sie. Vom Heimatland verpflanzt die zarte Rose, da seht ihr sie entblättert bald im Mose, in rauen Steppen wo nur kalte Lüfte verwehen ihre Jugend frischen Lüfte. Da draußen prangt sie in des Todes plässe, ihr wähnt, dass sie die Heimat wohl vergesse, ihr Leben alles tiefes Sehnsuchts beben, die Heimat nur kann ihr die Schönheit geben, gern geb ich sie dem Heimat Boden wieder, doch Tränen nur, nur Tränen fallen nieder, mich fasst ein Schmerz bei ihrem Arten lose, du arme, arme todes bleiche Rose. Als sie geendet hatte, kam sie traurig in ihre Ecke zurück, und niemand hinderte sie daran. Der Eremit wagte nicht, sich dem Mädchen zu nahen, weil er befürchtete, seine Absicht zu verraten. Der Schwarm begab sich bald nachher zur Ruhe und mit ihm auch das bleiche, schöne Mädchen. Da verwandelte sich der Alte in ein kleines weißes Mäuschen und lief zum Lager des Mädchens und zupfte ihr am Gewand, dass es erwachte. Als jenes das Mäuschen sah, wollte es schreien, doch als es aber eine Stimme hörte, die leise »Still, still«, rief, da horchte es auf. Und der Einsiedler sprach aus dem Mäuschen, »Fürchte dich nicht, ich will dich erretten, wenn du die verlorene Prinzessin bist.« Das Mädchen aber sprach, »Ach nein, ich bin keine Prinzessin, ich bin nur eine arme Weise.« Und als der Alte nun wieder als Mäuschen fragte, wie es an den Ring gekommen sei, da wusste das Mädchen nichts zu sagen. Nur das wusste es, dass es lebenslang bei den Seiltänzern gewesen war. Da lief das Mäuschen traurig fort, und als der gute Alte am nächsten Morgen das schöne Mädchen wieder sah, da wurde es ihm ganz wehmütig, dass er sich getäuscht hatte. Doch eine Ahnung sagte ihm immer wieder, dass das Mädchen die verlorene Prinzessin sei. Die Kunstreiter zogen bald weiter, aber der Einsiedler richtete sich mit seinem Marsch so ein, dass er jene am Abend immer wieder einholte und in dem Haus blieb, wo die anderen übernachteten. Wenn alle schliefen, ging er wieder als Mäuschen zum schönen Mädchen, um es auszufragen. Doch selber antwort. Und dennoch war jenes schöne bleiche Mädchen die verlorene Prinzessin. Lange war sie von der Bande herumgeschleppt worden, und das alte hässliche Weib hatte sie wahrhaft tyrannisch behandelt. Denn sie hatte den wertvollen Stein verloren und suchte sich dafür, an dem armen Wesen zu rächen. Die Prinzessin hatte sich zuletzt in ihr Geschick ergeben, denn so sehr sie sich auch bemühte, der Bande zu entlaufen, es wollte ihr nicht gelingen. Ihre Vergangenheit kam ihr zuletzt wie ein Traum vor, und dazu gab ihr die Alte einen Zaubertrank, wonach sie endlich die Vergangenheit ganz vergaß. Da kamen die Vagabunden eines Tages mit den Kunstreitern zusammen, und während die Prinzessin schlief, wurde sie für einige Silberstücke an die Kunstreiter verkauft. Als die Prinzessin erwachte, glaubte sie selbst, was man ihr sagte, dass sie die Weise einer Kunstreiterin war. Doch der alte Einsiedler ließ sich nicht beirren. Einmal gab ihm der Ring an der Hand des Mädchens beinahe Gewissheit, obgleich dem Ring auch der wertvolle Stein fehlte, und andererseits überzeugte ihn das ganze Wesen des Mädchens, dass es von hoher Abkunft sein müsse. Als er aber sah, dass er so nichts ausrichten konnte, erkundigte er sich genau nach dem Weg, den die Gesellschaft nehmen würde, und dann zog er eilig nach seiner Einsiedelei zurück. Der Fürst saß noch immer einsam und in tiefer Trauer in seinen Gemächern, und selbst die schönste Jahreszeit konnte ihn nicht heiter stimmen. Nun hatte er aber die Krone der Prinzessin noch, und um diese sicher zu verwahren, ließ er einen besonderen Kasten machen, indem er sie verschloss. Täglich stand er vor dem Kasten und weinte und stellte sich das niedliche Köpfchen vor, welches die Krone einst getragen hatte. Er fürchtete so sehr, diese letzte Erinnerung an die Prinzessin zu verlieren, dass immer hundert Mann Wache vor dem Zimmer stehen mussten, in welchem die Krone war. Der Einsiedler musste diese Krone aber haben, um die Prinzessin zu befreien. Er dachte, wenn sie die Krone wiedererkennt, dann werde ich schon weiterhelfen. Er verwandelte sich deshalb in einer Nacht in einen großen Vogel und flog durch ein Fenster in den langen Korridor, wo die Soldaten Wache standen. Er hatte sich aber vorher einen feinen Staub unter die Federn genommen, der, wenn er ihn von sich schüttelte, alles in tiefen Schlaf versenkte. Kaum war er nun im Fenster angekommen, da flog er auch gleich flatternd durch den Gang zwischen die Soldaten und machte einen solchen Staub, dass keiner den anderen sehen konnte. Alsbald schliefen die Soldaten. Der Einsiedler nahm seine rechte Gestalt an, öffnete die Tür zum Schatzzimmer und die Krone war im nächsten Augenblick in seinen Händen. Flugs wurde er wieder zum Vogel. Er nahm die Krone in den Schnabel und wie ein Pfeil flog er seiner Klausenerei zu. Als der Fürst am nächsten Morgen erwachte, ging er gleich die Krone zu sehen, denn er hatte in der Nacht von seiner Prinzessin geträumt. Als er nun die Krone nicht fand, wurde er vor Schreck zu Tode krank. Alles wurde aufgeboten, den Täter zu ermitteln, doch an den alten Einsiedler dachte man nicht. Der war auch gleich fortgereist, die vermeintliche Prinzessin zu finden. Außer der Krone hatte er ein Pulver zu sich gesteckt, das er dem Mädchen geben wollte, um die bezauberten Geister der Erinnerung wieder zu wecken. Schon am nächsten Tag fand er das schöne bleiche Mädchen wieder. Es war kränklich und hatte zurückbleiben müssen, während seine Gefährten dem Volk ihre Kunst zeigten. Die Schöne war allein und sah gedankenvoll in einen Becher, in welchem ihr die Wirtin aus Mitleid einen Trank bereitet hatte. Der alte Einsiedler benutzte die Gelegenheit. Schnell machte er sich unsichtbar und streute leise das Pulver in den Becher. Als die Prinzessin den Trank ausgetrunken hatte, besah sie sich selbst, denn sie kam sich ganz verwandelt vor. Der alte hatte sich unterdessen ihr gegenüber hingesetzt und spielte wie von ungefähr mit der Krone. Da fiel der Blick der Prinzessin auf die Krone und plötzlich sprang sie auf den Einsiedler zu, riss ihm die Krone aus den Händen und rief »Die Krone ist mein Eigen!« Da freute sich der alte Einsiedler unaussprechlich. Er fiel ihr zu Füßen und rief mit Tränen in den Augen »Sei gegrüßt, meine hohe Prinzessin!« Nun erzählte er derselben alles und die Prinzessin weinte vor Freuden, dass sie nun ihren Vater bald wieder sehen sollte. Ihre Kindheit trat wieder lebhaft vor ihre Seele und der Zauberer musste ihr von der Heimat vieles erzählen. Nun ging es aber nicht, dass die Prinzessin gleich fort konnte, denn die Kunstreiter würden sie zurückgeholt haben. Daher machte der Alte den Vorschlag, dass die Prinzessin bleiben solle, während er die nötige Hilfe schaffen und gleichzeitig dem Vater von ihrem Wiederfinden benachrichtigen wolle. Die Prinzessin stimmte dem bei, sie versteckte ihre Krone und der Einsiedler flog in der größten Eile als Vogel davon. Der Alte kam so schnell wie der Wind in das Land seines Fürsten und da er erfuhr, dass der Fürst krank sei, so ging er selbst bei vielen Rittern umher, teilte ihnen das Ereignis mit und flehte sie um Hilfe an. Alsbald zogen auch 300 Ritter fort, um die Wiedergefundene zurückzuholen und dem gelebten Fürsten die Gesundheit mit der Tochter zurückzugeben. Die Kunstreiter Gesellschaft war inzwischen nach einer großen Stadt gekommen und dort sollte sich die schöne Prinzessin zum ersten Mal als Tänzerin zeigen. Bisher hatte sie nur immer singen müssen. Aber die anderen glaubten einen größeren Zulauf zu haben, wenn sie die schönste auch mittanzte. Die Prinzessin weinte Tränen des bittersten Schmerzes. Sie glaubte schon, dass ihre Befreiung noch weit in die Länge gezogen würde. Und nun, da sie wusste, wer sie war, wollte ihr stolz sich schwer beugen. Sie prangte in glitzernden Kleidern und das Volk wartete mit Ungeduld auf ihr Erscheinen. Sie hatte die Krone zu sich gesteckt und eben als sie heraustreten musste, setzte sie sich dieselbe auf den Kopf. Mit nassen Augen und ganz verwirrt trat sie hervor. Das Volk jubelte ihr laut entgegen, ob ihrer Schönheit. Sie war aber auch schön und der Glanz der Krone warf einen wunderbaren Schein um ihr gelocktes Haupt. Da sprengten auf einmal die dreihundert Ritter heran und ehe die Prinzessin noch wusste, wie es geschah, waren sie alle von den Rossen gesprungen und hatten sie umringt. Die anderen Tänzer und Reiter und auch das Volk waren ganz bestürzt, doch der alte in kurzen Worten die ganze Geschichte und ein neuer Jubel des Volkes schallte zum Himmel empor. Nun wurde die Prinzessin in ein kostbares Gewand gehüllt, auf ein Ross gehoben und flüchtig ging's der Heimat zu. Als sie nach dem Vater fragte, sagte man ihr, dass er sie an der Grenze seines Reiches erwarte. Und so war es auch. Während Zauberer und Ritter fort waren, hatte sich die Nachricht im ganzen Land verbreitet. Und als der Fürst das Glück erfuhr, genas er zur Stelle und eilte mit einer großen Menge seiner Untertanen dem geliebten Kind entgegen. An der Grenze des Landes trafen sie sich, und Vater und Tochter lagen sich lange weinend in den Armen, während die Anwesenden immerfort hoch, hoch, jubelten. Als der Fürst die Prinzessin endlich aus den Armen ließ, trat der alte Einsiedler hervor, verneigte sich vor ihm und sprach, Mein hoher Herr, nun habe ich einen kleinen Teil von meiner Schuld abgetragen, den anderen nehme ich mit ins Grab. Aber der Fürst schloss ihn in seine Arme und bat ihn für immer bei ihm zu bleiben. Und in diese Bitte stimmte auch die Prinzessin mit ein. Der alte Einsiedler aber dankte für die gute Meinung und ging freudig nach seinem stillen Wald zurück, wo ihn später der Fürst und die Prinzessin oft besuchten. Unter dem Jubel des entzückten Volkes langte der Fürst mit der wiedergefundenen Prinzessin im Schloss an. Und das ganze Land teilte die Freude des geliebten Herrschers. Die Prinzessin hatte allen Eigensinn verloren und die Schule des Lebens hatte sie zu einer weisen Regentin erzogen. Denn als solche starb sie in einem hohen Alter, geliebt und betrauert von ihrem ganzen Volk. Franz Kruder vom schönen Königssohn Ein König hatte einen überaus schönen Sohn und die Frau Königin war so vernaht in ihn, dass sie ihn gerne in Baumwolle eingewickelt und einen Glassturz darüber gestellt hätte, damit nur kein Stäubchen auf ihn falle und kein Lüftchen ihn anblase. Und da man ihm viele tausend Mal vorsagte, wie schön er sei und dass niemand so schön sei als er, wurde er eitel und übermütig, dass er fast unerträglich war. Allzeit, wenn der Wein bei der Abendtafel dem Prinzen zu Kopf gestiegen war, gab er seinem alten Kammerdiener beim Stiefel mit dem Fuß einen Stoß, dass er zurücktaumelte. Und da lachte der Prinz aus vollem Halse. Aber der grauköpfige Hans, der Stiefelknecht, schlich unmutig von dannen und dachte, behüte Gott, das arme Volk, wenn der einst König wird. Als der Prinz zwanzig Jahre zählte, da dachte die Frau Königin, ihm eine Gemahlin zu erwählen. Aber die Wahl eine solche Prinzessin, die auch so schön und ihres Sohnes würdig. Doch über Nacht war alles vereitelt und die stolzen Heiratspläne lagen im Wasser. Denn abends zuvor hatte eine böse Stechpflege sich dem schlummernden Prinzen auf die Nase gesetzt und am Morgen war diese rot und hoch geschwollen und mit der Schönheit des schönen Königssohns war aus und vorbei. Schleunigst erschienen die Hofärzte. Aber sie machten es nicht besser. Andere sehr berühmte Eskulab-Jünger wurden berufen. Aber je mehr Heilkünstler, desto röter und dicker war die Nase. Als des Prinzen schönes Gesicht nichts anderes mehr war als eine ungeheure wilde Nase und das gelehrte Doktoren Konsilium das Unheil, welches die kleine Pflege anrichtete, mit aller Wissenschaft doch nicht bannen konnte, floh der für seine Eitelkeit so hart gestrafte, von wenigen Dienern begleitet, auf ein fernes Jagdschloss. Denn er schämte sich fürchterlich. Der Prinz hüllte sich nun in grobe Jägerkleider, denn er wollte unerkannt und von aller Welt verborgen bleiben. Tagelang strich er herum, kam da und dort zu armen Bauersleuten und in niedere Köhlerhütten. Aber die Kinder liefen überall davon, sie fürchteten sich vor seiner ungeheuren roten Nase. Am liebsten blieb er allein. Unaussprechlich wohl tat ihm das kühle Dunkel der grünen Waldwildnis und manche Stunde verträumte der Prinz liegend im hohen Fahnkraut. Das Säuseln und Rauschen in den Wipfeln der Bäume, das Gemurmel der Wasser des Baches zwischen dem zackigen Gestein der starren Felsmassen, der eintönige Ruf der Tannenmeise und das tiefe wonnige Summen der vorbeifliegenden Hummel machten gar sonderbaren Eindruck auf ihn und brachten in ihm seltsame Gefühle und Gedanken hervor und obwohl er Jagdspieß und Armbrust stets bei sich hatte, er schoss doch nicht. Er trug kein Wildbret nach Hause. Die Tiere haben ja nur das bisschen Leben, dachte er sich, und er konnte es in seiner wehmütigen Stimmung nicht übers Herz bringen, ihnen noch das bisschen Leben zu verkürzen. Einmal verirrte sich der Prinz und fand Nimmer zurück ins Jagdschloss. Schon wollte er sich ins Moos werfen, um zu übernachten. Da sah er einen Lichtschein, eilte darauf zu und es war ein Holzhauerhäuschen. Da pochte er an und ein baumstarker, bärtiger Mann mit braunrötlichem Gesicht und freundlichen Augen ließ ihn ein. Oh, Jägersmann, was habt ihr für eine Nase? sagte der Holzhauer. Die ist ja wie ein Kürbis. Wie ist die denn so gewachsen und so groß geworden? Der Prinz erzählte, wie es sich zugetragen und dass eine Fliege die Ursache sei. Da sieht man's wieder deutlich, dass man den Kleinsten nicht geringschätzen darf, antwortete der Holzhauer. Holzhauer. Denn auch er kann was Großes machen. Der Holzhauer setzte dem hungrigen Gast die Überbleibsel des Mittagessens vor. So dann wies er ihm die Schlafstelle und sie legten sich zur Ruhe. Des anderen Tages weckte ein fröhlich schallendes Lied den Prinzen und bald danach trat die schöne Holzhauers Tochter zu ihm herein setzte ihm das Frühstück vor prallte zurück beim Anblick der ungeheuren roten Nase blieb aber doch stehen und sprach teilnahmsvoll zu ihm und fragte ob er denn nichts getan gegen das Übel Oh wohl genug war die Antwort und von gar vielen ward mir angeraten aber je mehr herumgedoktert desto Ärger wurde es ja das ist allemal so entgegnete sie viele köche versalzen immer die suppe aber ich rate euch geht ins gebirge zum alten vater silverius vielleicht kann der euch helfen und des holzhauers rüstiges weib mit einem kleinen kind an der brust führte den prinzen eine gute weile und als er den weg zum alten vater silverius nun nicht mehr verfehlen konnte kehrte es um und ging wieder nach hause und hatte rechtes mitleid mit dem armen traurigen jungen jägersmann dass er so abscheulich durch die blutrote kürbis kürbis nase verschandelt worden an eine felsen wand gelehnt unter breitschattigen alten ahornbäumen stand ein hüttchen und davor saß ein kreis mit einem nackten schädel und einem langen weißen bart und als der prinz vor ihn hintrat seine not klagte und um hilfe bat da seufzte der alte das ist wohl alles umsonst war seine rede das ist keine krankheit die man heilen kann das ist eine verzauberung vater silverius versank in tiefes nachsinnen endlich begann er wieder nur wenn eine reine jungfrau aus purer güte freiwillig und ohne hoffnung erflohen mit ihren rosen lippen dort wo die fliege hineingestochen hat von der frühlingstag und nacht gleiche an genau am siebenden tag jedes monats und das siebenmal um mitternacht das gift aussaugt eine grube macht das gift hinein speit und einen dunklen stein darauf deckt und liegen lässt hierauf dann am siebenden tag jeder woche und siebenmal an jedem morgen bei Sonnenaufgang mit übers taufrische moos fährt und damit dreimal die nase bestreicht wobei ihr jedes mal laut und deutlich sprechen müsst schönheit ist flüchtig tugend besteht aus staub und asche ist der mensch zu staub und asche wird der mensch nur dann kann euch geholfen werden wenn ihr aber eure vorige gestalt wiedererlangt habt ist eure pflicht dankbar zu sein nicht mit gold und silber ihr müsst euch selbst der jungfrau geben und sie zu eurer frau machen dann erst wenn ihr die jungfrau heimführt als eure braut und ihr vaterhaus verlasset ist es zeit die steine aufzuheben und und sieben gruben aufzudecken damit ihr erfahrt dass die fliege gesandt war euch zu stechen und zu demütigen und käme sie noch mal keine hilfe dann wer die meiner sich erbarmet die holzhauers tochter richtete sich empor erhob die hand und rief jägersmann ich will es tun freiwillig und ohne lohn hierauf bat der prinz den holzhauer ihm den nächsten pfad zu zeigen zum königlichen jagd schloss denn all dort sei er der jüngste jäger sie gingen beide und der prinz machte sich zeichen dass er den weg ja gewiss und leicht wieder zum holzhauer haus zurück finde und es geschah nun alles so wie es sein musste und die blutrote kürbis nase wurde kleiner und kleiner und plässer und plässer und endlich war auch der letzte tag da und der jägersmann hatte wieder seine vorige gestalt erlangt alle machten große augen und staunten und staunten was das für ein schöner schöner jüngling nun und die holzhauers tochter stand stumm mit glühenden wangen da und kreuzte die hände über der pochenden brust der prinz war in liebe der herzensguten holzhauers tochter welche miranda hieß zugetan und als er ins jagdschloss zurückkam schickte 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 so gleich an vater und mutter einen alten treuen diener und der musste genau berichten was sich zugetragen und dass er nun auch getreulich halten müsse was er dem vater silverius versprochen über eine weile war der diener wieder da nun zog der prinz prächtige kleider an und ritt mit gefolge zum haus im walde begehrte miranda zur frau beschenkte den holzhauer und sein weib und mirandas geschwister reichlich und es war eine freude eine namenlose freude als miranda bräutlich geschmückt dastand nahm sie den prinzen bei der hand und sie gingen allein zum geheimen ort wo die sieben dunklen steine lagen deckten die gruben auf und unter jedem stein lag eine warzige garstige kröte mit funkelnden augen und beide schauderten da hörten sie ein geräusch in der höhe und sahen empor und eine schneeweiße taube war's die hielt im schnabel einen frischen blühenden myrten kranz schönen braut auf und flog wieder davon jetzt nahmen sie abschied und begaben sich ins jagd schloss wo alles schon bereitet war zur heimfahrt in die königsstadt in der residenz aber wartete man schon mit ungeduld und als der goldene wagen einfuhr zum königsschloss hin da war unbeschreiblicher jubel und das paar ward empfangen vom könig und von der königin und sie küssten den sohn und die schöne miranda und bald war hochzeit und alle waren glücklich die leute sagten der prinz sei noch viel viel schöner als vor dem das das hatte seine gewichtige ursache bescheidenheit leuchtete aus seinem angesicht all sein früherer hochmut war weg ernst und milde waren in ihm denn in der einsamkeit der waldwildnis war seine seele gereinigt worden von ihren schlacken in der heilsamen leidens und prüfungs zeit lernte der prinz was alle wissen sollen wie kurz die lebensfrist und das ist ein verbrechen auch nur eine minute davon jemandem zu verbittern er erfuhr dass auch er wie jedes andere menschenkind allen übeln und zufällen unterworfen sei er hörte in der holzhauer familie und wo er sonst herum kam so manch körniges treffendes wahres wort und fand bei den schlichten waldmenschen mehr herzensgüte und glückseligkeit als ehemals daheim im rauschenden gewühl der ewig lächelnden feinen damen und höflinge bei den festen im glänzenden königsschloss und als der königliche vater sein haupt zur letzten ruhe neigte und das zepter der macht dem sohn überließ bestieg der schöne prinz den thron der neue könig war auch ein guter könig in unscheinbarer kleider gehüllt ging er umher und träufelte in manche wunde den balsam seiner güte er lebte in fröhlicher ehe mit miranda immer da und seine liebe zu ihr erkaltete nicht denn sie war ihm ein herzig weib bis an das ende seiner tage ludwig bechstein der weiße wolf ein könig ritt jagen in einem großen wald darinnen er sich verirrte und er musste manchen tag und manche nacht wandern fand aber nicht den rechten weg und musste hunger und durst leiden endlich begegnete ihm ein kleines schwarzes männlein das fragte der könig nach dem rechten weg ich will dich wohl führen und geleiten sagte das männlein aber du musst mir auch etwas dafür geben du musst mir das geben was dir aus deinem hause zuerst entgegen kommt der könig war froh und sprach du bist recht brav männchen wahrlich und wenn mein bester hund mir entgegen lief so wollte ich ihn dir doch gern zum lohne geben das männlein aber erwiderte deinen besten hund den mag ich nicht mir ist was anders lieb als sie nun beim schloss ankamen so sah des königs jüngste tochter durchs fenster ihren vater geritten kommen und sprang ihm fröhlich entgegen als sie ihn aber in ihre arme schloss sprach er wollte ich doch dass lieber mein bester hund mir entgegen gekommen wäre über diese rede erschrak die königstochter gar sehr und weinte und rief wie das mein vater ist dir dein hund lieber als ich und sollte er dich froher willkommen heißen aber der könig tröstete sie und sagte oh liebe tochter so war es ja nicht gemeint und erzählte ihr alles sie aber blieb ganz standhaft und sagte es ist besser so als dass mein lieber vater im wilden wald umgekommen wäre und das männchen sagte nach acht tagen hole ich dich und nach acht tagen da kam ein weißer wolf in das königsschloss und die königstochter musste sich auf seinen rücken setzen und da ging es durch dick und dünn bergauf und ab und die königstochter konnte das reiten auf dem wolf nicht aushalten und fragte ist es noch weit schweig weit weit ist es noch zum gläsernen berg schweigst runter nun ging es wieder sofort bis die arme königstochter wieder zagte und klagte und fragte ob es noch weit sei und da sagte ihr der wolf die nämlich thronenden worte und rannte immer fort immer weiter bis sie zum dritten mal die Frage wagte da warf er sie auf der Stelle von seinem Rücken herunter und rannte davon nun war die arme Prinzessin ganz allein in dem finsteren Wald und während sie so ging dachte sie endlich werde ich doch einmal zu Leuten kommen und endlich kam sie an eine Hütte da brannte ein Feuerchen und da saß ein altes Waldmütterchen das hatte ein Töpfchen am Feuer und da fragte die Königstochter Mütterchen hast du nicht den weißen Wolf gesehen nein da musst du den Wind fragen der fragt überall herum aber bleibe erst noch ein wenig hier und iss mit mir ich koche hier ein Hühnersüppchen das tat die Prinzessin und als sie gegessen hatte sagte die Alte nimm die Hühnerknöchelchen mit dir du wirst sie gut gebrauchen können dann zeigte ihr die Alte den Weg nach dem Wind als die Königstochter beim Wind ankam fand sie ihn auch am Feuer sitzen und sich eine Hühnersuppe kochen aber auf ihre Frage nach dem weißen Wolf antwortete er ihr liebes Kind ich habe ihn nicht gesehen ich bin heute einmal nicht gegangen und wollte mich einmal hübsch ausruhen frage die Sonne die geht alle Tage auf und unter aber mache es erst wie ich ruhe dich aus und iss mit mir kannst hernach auch alle Hühnerknöchelchen mit dir nehmen wirst sie wohl gut brauchen können als dies geschehen war ging die Kleine zur Sonne und dort ging es ihr wieder wie beim Wind die Sonne kochte sich gerade eine Hühnersuppe daher es wieder sehr geschwind ging denn auch sie hatte den weißen Wolf nicht gesehen und lud die Prinzessin zum Mitessen ein du musst den Mond fragen denn wahrscheinlich läuft der weiße Wolf nur des Nachts und da sieht der Mond alles und als nun die Königstochter mit der Sonne gegessen und die Knöchlein aufgesammelt hatte ging sie weiter und fragte den Mond auch er kochte Hühnersuppe und sagte es ist fatal ich habe letzte Nacht nicht geschienen und bin zu spät aufgegangen ich weiß gar nichts von dem weißen Wolf da weinte das Mädchen und rief oh Himmel wen soll ich denn nun fragen nun nur Geduld mein Kind sagte der Mond vor Essen wird kein Tanz setze dich und iss erst die Hühnersuppe mit mir und nimm auch die Knöchelchen mit du wirst sie wohl brauchen etwas Neues weiß ich doch das schwarze Männchen im gläsernen Berg das hält heute Hochzeit der Mann im Mond ist auch dazu eingeladen ach der gläserne Berg der gläserne Berg dahin wollte ich ja eben dahin hat mich ja der weiße Wolf tragen wollen rief die Königstochter nun bis dorthin kann ich dir schon leuchten und dir den Weg zeigen sagte der Mond sonst könntest du dich leicht verirren denn ich zum Beispiel bestehe ganz und gar aus lauter gläsernen Bergen nimm immer alle deine Knöchlein hübsch mit das tat die Prinzessin aber in der Eile vergaß sie doch ein Knöchlein bald stand sie an dem gläsernen Berg aber er war ganz glatt und klitschig da war nicht hinauf zu kommen aber da nahm die Königstochter alle Hühner Knöchlein von der alten Waldmutter und machte sich daraus eine Leiter die wurde sehr lang aber oh weh zuletzt fehlte noch eine einzige Sprosse noch ein Glied da schnitt sich die Prinzessin das oberste Gelenk von ihrem kleinen Finger ab und so tat es gut und sie konnte nun rasch zum Gipfel des gläsernen Berges klimmen oben war eine große Öffnung da führte eine schöne Treppe hinunter und es Glanz und Pracht und da waren ein Saal voll Hochzeitsgästen und viele Musikanten und reich besetzte Tafeln und da saß das schwarze Männlein und an seiner Seite saß eine Dame die war seine Braut das schwarze Männlein aber schien traurig und der Königstochter tat es auch so weh so weh dass sie nun zu spät kam und dass das schwarze Männlein so traurig war und sie dachte bei sich ich will ein Lied vom Weißen Wolf singen vielleicht erkennt er mich dann denn er hatte sie doch noch gar nicht angesehen folglich folglich nicht wieder erkannt und da stand eine Hafer an der Wand welche die Prinzessin gut spielte die nahm sie nun und sang Deinen besten Hund den mag ich nicht mir ist was anderes lieb der weiße Wolf der lief davon sie weiß nicht wo er blieb die jüngste Königstochter da horchte das schwarze Männlein auf aber die Prinzessin fuhr fort zu spielen und zu singen sie ist dem Wolfe nachgereist schnitt ab ihr Finger glied nun ist sie da du kennst sie nicht traurig singt sie dies lieb die jüngste Königstochter da sprang das schwarze Männlein von seinem Sitz auf und war plötzlich ein schöner junger Prinz eilte auf sie zu und schloss sie in seine Arme alles war ein Zauber gewesen der Prinz war in das alte Männlein und in den weißen Wolf und in den gläsernen Berg hinein verzaubert so lange bis eine Prinzessin um zu ihm zu gelangen sich sogar ein Glied von ihrem kleinen Finger kosten lassen würde wenn das aber bis zu einer gewissen Zeit nicht geschehe so müsse er eine andere heiraten und ein schwarzes Männlein bleiben sein ganzes Leben lang nun war der Zauber gelöst die andere Braut verschwand der entzauberte Prinz heiratete die Königstochter reiste darauf mit ihr zu ihrem Vater der sich herzlich freute sie wiederzusehen und sie lebten alle glücklich miteinander bis an ihr Ende sollte dies aber nicht erfolgt sein so ist es einigermaßen wahrscheinlich dass sie heute noch leben helene stöckel die prinzessin mit dem königlichen sinn vor vielen jahren lebte ein könig und eine königin die hatten zwölf töchter jedes jahr bekamen sie eine als aber die zwölfte gekommen war sagte der könig so nun ist es genug ordnung muss sein und das dutzend ist jetzt voll aber es geht nicht immer wie man will im nächsten jahr kam wieder ein töchterlein da ward der könig zornig was noch eins sagte er ich hab genug an den zwölfen das dreizehnte mag nehmen wer da will so sagte eine stimme unten im Hof dann gib mir das Kind war nun selbst dem König zu geschwind gegangen und da die Königin bei der Nachricht ihr Gemahl habe das Kind weggegeben bitter zu weinen anfing und nicht wieder zu jammern aufhörte da ward die sache leid und er sandte der alten Frau boten nach zwölf denn diese zahl hatte er gern damit sie der alten frau das Kindlein wieder abnehmen sollten aber keiner der zwölf boten fand sie die frau war nämlich wie ihr wohl schon gemerkt habt eine Fee und konnte zaubern als sie aus dem Tor hinaus war hatte sie ihre Haube verkehrt auf den Kopf gesetzt das machte sie unsichtbar dann war sie mit dem Kind das ruhig in ihrem Korb schlief weiter gegangen sie trug das Kind aber nicht in ihr Zauberhaus das am schwarzen See unter der roten Felswand stand sondern in ein freundliches Dorf und in ein schönes großes Bauerngut da wohnte eine Frau der vor ein paar Tagen ihr kleines Mädchen gestorben war und die sich wegen dieses Verlustes fast die Augen ausweinte zu der kam die alte Frau und sagte du musst es aber gut halten es darf nur von der Milch der kleinen weißen Kuh in deinem Stall bekommen und sein Bettchen darfst du nur mit den Federn von jungen Täubchen füllen die noch nicht fliegen können das versprach die Bäuerin alle Jahre komme ich nachsehen sagte die alte noch und ging davon die Bäuerin tat alles wie es die alte Frau gesagt hatte denn das Kind gefiel ihr über alle Maßen und weil sie es so lieb hatte wollte sie ihm auch einen schönen Namen geben es fiel ihr aber keiner ein der schön genug für das Kind gewesen wäre nun hatte sie einmal in einem alten Kalender gelesen dass Regina die Königin heiße und da nannte sie das Kind Regina denn sie sagte es ist so schön und lieb dass es gewiss einmal eine Königin wird als das Mägdlein heranwuchs da war kein Wesen auf dem Bauernhof das sich nicht bemüht hätte ihm seine Zuneigung zu zeigen trat es in den Hühnerhof so flatterten die Tauben herzu und neigten sich vor ihm mit dem schönsten Gru die Hennen gackerten ja selbst der alte Haushahn der sonst nicht besonders höflich war machte ihm seinen Kratzfuß kam 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 in die stelle so wirrten die pferde freudig auf die kühe suchten seine hand liebkosend mit ihren langen zungen zu berühren und die kleinen kälbchen bogen ihre Knie vor ihm der Hund an der Kette aber der sonst auf jeden zufuhr hörte nicht auf mit dem Schwanz zu wedeln solange es in seiner Nähe war und nicht anders war es mit den Menschen unter den Knechten und Mägden gab es niemand der Regina nicht jeden Wunsch erfüllt oder gewagt hätte sie mit einem rauen Wort zu betrüben die Bauernfrau aber hatte sie lieber als der König all seine zwölf Töchter zusammen Regina wurde auch sehr schön ihr Haar schimmerte wie Gold ihre Augen hatten die Farbe des Himmels das Beste aber war dass ihr Herz so gut und reinblieb wie selten eins unterdessen waren die zwölf Töchter des Königs herangewachsen und jede von ihnen hatte einen Prinzen geheiratet und war mit ihm in sein Reich gezogen der König hatte jeder einen Scheffel Gold mitgegeben dann hatte er die Tür zugeschlossen und gesagt so nun ist gut nun ist endlich Ruhe die Königin aber dachte ach wie leer ist unser Schloss jetzt hätte ich doch nur mein dreizehntes Kind wie glücklich wäre ich und dann jammerte und weinte sie so viel dass ihr Kleid gar nicht mehr trocken wurde als 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 ein jahr vorbei war da kam ein prinz mit großem gefolge an sein reich lag noch ein stückchen hinter dem ende der welt die berge darin waren von gold und silber blüten Liffreen und die kleinen begann der tanz die zarten elfen drehten sich so geschwind dass man die einzelnen gestalten kaum unterscheiden konnte als sich der prinz aber vorneigte um alles besser zu sehen da knackte ein dürrer ast unter seinem fuß und husch war die ganze lustige gesellschaft verschwunden ein dämchen nur war über seine schleppe gefallen und blieb hinter den anderen zurück schnell hatte der prinz sie gefangen sie schrie und zeterte aber er hielt sie nur umso fester da bat sie lass mich los und ich sage dir was für haare die hat die du suchst da ließ der prinz das älfchen los und es sagte ihr haar hat die farbe der sonne und wenn du es siehst dann denkst du könnte ich eine strähne davon haben ich königreichs darum als der prinz jedoch mehr wissen wollte da war das älfchen verschwunden der prinz aber war zufrieden dass er doch wenigstens etwas erfahren hatte und ritt fröhlich weiter wohin er kam sah er nun die blonden mägdlein an viele hatten schönes blondes haar bei keiner aber dachte er er möchte alles gold seines reiches für eine strähne ihres hares geben da kam er wieder in einen großen wald diesmal aber war es tag als er so nachdenklich durch die bäume ritt hörte er auf einmal ein seltsames kichern und lachen er stieg von seinem pferd ab band es an einen baum und schritt vorsichtig näher da sah er den eingang einer höhle vor sich in einem kreis saßen kleine männchen und jedes von ihnen hatte einen kleinen berg vor sich der eine von gold der andere von silber der dritte von edelgestein der vierte von glänzenden kristallen das waren die schätze die sie aus der dunklen erde hervorgegraben hatten und an denen sie sich jetzt einmal bei tageslicht freuen wollten als aber der prinz näher trat um besser zu sehen rauschte ein zweig und husch waren die zwerglein verschwunden und hatten ihre schätze mit sich genommen nur eines der männchen war mit dem Ende seines langen bartes an einer wurzel hängen geblieben das hielt der prinz fest das zwerglein zappelte gewaltig als der prinz es aber nicht freiließ verlegte es sich auf das bitten lass mich los sagte es und ich will dir sagen was für augen die hat die du suchst da ließ es der prinz los das zwerglein aber sagte ihre augen sind so blau wie der himmel und sie haben einen solchen glanz dass du wenn du hineinblickst die deinen senken musst als der königs sohn weiter fragen wollte war der zwerg verschwunden der prinz aber ritt fröhlich weiter denn nun wußte er doch schon zweierlei wie vielen blondhaarigen mädchen er aber auch in die augen sah so glänzend blaue augen dass er die seinen vor ihnen hätte niederschlagen müssen fand er nicht und wieder kam er in einen Wald als er eine weile darin geritten war traf er auf ein altes weiblein das bemühte sich vergebens einen korb voll reißig auf die schultern zu heben da sprang er mitleidig herzu wartet nur mütterchen ich helfe euch als er aber fühlte wie schwer der korb war sagte er lasst mich den korb tragen ich bin jung und stark für euch ist er zu schwer die alte frau sah ihn freundlich an dann schritt sie voraus der prinz mit dem korb ging hinter drein und den beschluss machte das treue ross so kamen sie zu der hütte der alten sie lag an einem schwarzen see bei einer roten felswand ihre wände bestanden aus moos bewachsenen rinden stücken und das dach gewährte einen Anblick als breite sich ein ich danke dir sagte die alte frau als der prinz den korb vor dem haus hinstellte und da du mir geholfen hast will ich dir auch helfen du suchst die jüngste tochter des alten königs ja sagte der prinz aber ich kann sie nicht finden sie soll goldenes haar und himmelblaue augen haben aber so oft ich glaube sie gefunden zu haben ist sie doch nicht aufs haar und auf die augen kommt es nicht an sagte die alte und wiegte den kopf hin und her auf das herz kommt es an du musst sehen ob sie einen königlichen sinn hat wie soll ich das erkennen fragte der prinz das erkennt man auf mancherlei art meinte die alte aber ich will dir ein mittel dazu geben sie zog einen beutel aus ihrem kleid und schüttete seinen inhalt auf ihrem schoß aus es waren lauter schmucksachen darin goldene armbänder und mit kostbaren steinen besetzte ringe ketten und spangen und auch eine kleine silbergraue perle in schlichtes gold gefasst das mägdlein das sich nicht von dem gleißenden geschmeide blenden lässt sondern nach der unscheinbaren perle greift das ist von königlichem sinn das ist die rechte da dankte der prinz der alten frau und ritt davon wo immer er ein mädchen mit blonden haaren und blauen augen fand da breitete er den inhalt des beutels vor ihm aus aber jedes griff nach dem goldenen schmuck nicht eines beachtete die graue perle es war nur ein glück dass der beutel sich immer von selbst wieder füllte sonst hätte der prinz die probe nicht lange fortsetzen können da kam er eines tages in ein Dorf und zu einem großen bauerngut er war müde und durstig und als er am brunnen ein mägdlein stehen sah das einen krug mit wasser füllte bat er lass mich trinken sie reichte ihm den krug hin und in demselben augenblick erschrak er vor freude so wundersames haar hatte sie dass er dachte alles gold meines reiches gäbe ich her wenn ich nur eine strähne davon hätte und als sie ihn mit ihren blauen augen ansah da musste er die seinen von ihrem glanz niederschlagen als er getrunken hatte fragte er wie heißt du ich heiße regina antwortete sie da zog er das beutelchen hervor und sagte du hast mich erquickt zum dank dafür lass dir ein andenken geben wähle aus ruhig sah regina zu wie er ein schmuckstück nach dem anderen aus dem beutel nahm als er aber die perle hervorgezogen rief sie die schöne perle lass sie mich einmal nur in die hand nehmen da jubelte der prinz laut auf du bist die rechte und nun bringe ich dich zu deinen eltern regina hatte bisher geglaubt sie sei die tochter der bäuerin als der prinz diese aber befragte sagte sie wie alles gewesen war da nahm regina mit vielen tränen von ihr abschied und zog mit dem prinzen zu ihren eltern als sie an den königlichen Hof kam da staunten alle denn sie sah der königin so ähnlich dass jedermann sie als ihre tochter erkennen musste nur dass sie tausendmal schöner war als die Mutter ja ja sagte der könig zu seiner frau so etwa hast du ausgesehen als du jung warst es ist nur schon lange her und da ändert man sich die königin aber weinte vor freude und sagte du bist meine tochter ich fühle es in meinem herzen als nun der prinz regina vom könig zu seiner frau erbart da wollte dieser sie ihm nicht geben es war dem alten könig in der letzten zeit gar nicht gut gegangen er war krank und wenn die ärzte kamen machten sie ein ernstes gesicht und die anderen leute seiner umgebung ebenfalls die königin weinte in dieser zeit mehr als zuvor das gefiel dem alten könig gar nicht er wollte etwas junges und heiteres um sich haben er sagte er zum prinzen das ist ja recht schön dass du unsere tochter gebracht hast und ich danke dir auch vielmals dafür aber hergeben will ich sie nicht sie soll bei mir bleiben und nicht pflegen und so wünsche ich dir denn eine recht angenehme Heimfahrt da ward der prinz zornig und griff nach seinem Schwert aber Regina legte ihre Hand auf die Seine und bat nicht doch mein prinz seht ihr nicht dass er alt und krank ist und wenn er mich auch einst fortgegeben hat so ist er doch mein lieber vater und ich will bei ihm bleiben und ihn pflegen solange er mich braucht da neigte sich der prinz tief vor ihr und sagte nun sehe ich dass du einen wahrhaft königlichen sinn hast wenn du nach mir senden wirst dann komme ich und wenn ich länger als mein leben lang auf dich warten sollte dann sammelte er sein gefolge um sich und zog von dannen je liebreicher Regina aber den könig pflegte desto schlimmer wurde es mit ihm denn es drückte ihm das Herz ab dass er seine Tochter nicht schon längst bei sich gehabt hatte wenn sie ihm die weiche Hand auf die Stirn legte seufzte er ach warum warst du nicht immer bei mir und wenn sie ihn tröstend anlächelte dann klagte er wie kurze Zeit werde ich mich noch deiner freuen können alle Tage wurde er schwächer Regina aber wich nicht von seinem Bett als er sein Ende kommen fühlte sandte er selbst zwölf Boten ab die Zahl zwölf liebte er immer noch die dem Prinzen sagen sollten dass er nun seine Braut holen könne als er dies getan hatte flog ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht so nun habe ich doch etwas recht gemacht sagte er dann legte er sich um und starb zweihundert Tage hatten die Boten zu dem Prinzen gebraucht der Prinz aber brauchte nur hundert Tage dann war er da um seine Braut zu holen in dem ersten Wagen des prächtigen Hochzeitszuges der mit acht weißen Rossen bespannt war saß Regina im strahlenden Atlas Gewand gewandt und und neben ihr ritt der Prinz auf einem schwarzen mit purpur und gold gezäumten Pferd denn er hatte Regina so lieb dass er sie auch nicht einen einzigen Augenblick aus den Augen lassen wollte in dem zweiten Wagen den acht Isabellen farbene Pferde zogen saß die Königin in kostbaren Samt gekleidet sie weinte auch heute aber es waren Freudentränen und sie gab acht dass die Tränen nicht auf ihr Prachtgewand fielen und weinte deshalb nicht gar zu sehr im dritten Wagen vor den acht braunrote Pferde gespannt waren saß die Bauersfrau die Regina aufgezogen hatte auch sie war in schöne Gewänder gehüllt und strahlte vor Glück weil sie mit in das Reich des Prinzen ziehen durfte gern hätten Regina und der Prinz auch die gute Waldfrau mit sich genommen aber sie war nirgends zu finden und an dem schwarzen See bei der roten Felswand stand statt der Hütte nur ein mächtiger Felsblock mit einem großen Pilz darauf der Königssohn aber geleitete die Prinzessin mit dem königlichen Sinn voll Glück und Wonne in sein Reich Ja sagt ihr was war denn aber mit dem Reich des alten Königs blieb denn das ganz allein oh nein kaum war der alte König tot da kamen die zwölf Töchter mit ihren Männern von allen vier Enden der Welt her kein Mensch wusste woher sie so schnell erfahren hatten dass das Königreich zu haben sei sie teilten sich in das Land und herrschten darin ein jedes Paar in seinem Teil und wenn sie inzwischen nicht gestorben sind so leben sie noch heute Johann Jakob Rudolfi Prinz Sigmund es war einmal ein König der hieß Christoph und beherrschte eine große fruchtbare Insel im weiten Meer seine Gemahlin aber gebar ihm ein Söhnlein das nannte er Sigmund in jenem Land aber wohnten drei Schwestern auf einem Berg die waren so alt dass auch die ältesten Leute auf der Insel sie nicht jung gesehen hatten sie verstanden aber das verborgen zu offenbaren und besaßen einen Spiegel in dem war die Zukunft abgebildet und sie sagten einem jeden voraus was ihm in späteren Jahren wunderbares widerfahren werde darum wurden sie in großen Ehren gehalten und wenn Eltern mit einem Söhnlein oder einem Töchterlein beschenkt wurden so gingen sie hin zu den drei Schwestern die sagten ihnen was aus ihrem Kind werden würde darum ging auch der König Christoph einige Zeit danach hin zu den drei Schwestern und sprach ich habe gehört dass ihr das Verborgene offenbart und in dem Spiegel der Zukunft seht was einem jeden begegnen wird so sagt mir doch was wird aus meinem Söhnlein werden da schüttelten die drei Schwestern ihre grauen Häupter sahen in den Spiegel und sprachen dein Sohn wird dich nicht kennen und wenn er dich kennt wird er dich umbringen da fasste der König Christoph einen schweren Hass gegen das Kindlein und ging heim und ließ seinen Schäfer rufen der weidete des Königs Schafe auf den Bergen zu dem sprach er dies Kind nimm und leg es in den wildesten Wald wo die reißenden Tiere ihre Herberge haben und sie morgen wieder nach wenn sie es gefressen haben so bring mir zum Zeichen dessen ein paar Knöchelchen mit das versprach ihm der Hirte zu tun wie und trug das Kindlein hinaus in den wilden Wald wie er es aber hinsetzen wollte so jammerte ihn des armen Geschöpfes und es reute ihn dass er dem Willen des Königs gewillfahret hatte wie wäre es sagte er wenn ich das Kindchen heimlich erzöge der König wird es nicht wissen ob es mein rechter Sohn ist oder nicht denn wir wohnen so abgelegen und einsam dass uns niemand auf die Spur kommen wird und so habe ich doch ein armes Kind vom schmählichen Tod gerettet da nahm er das Kind und trug es heim zu seiner Frau und sagte ihr siehe da habe ich draußen im Wald ein Kindlein gefunden es hat mich gejammert dass es so verlassen umkommen soll drum habe ich es mitgebracht ich denke wohl sechse essen und schlafen da wird wohl auch das siebende noch einen Platz finden seine Frau war es zufrieden gab dem Kindlein Milch zu trinken und kochte ihm einen Brei aus Hafermehl dann machte sie ihm ein Bettlein hinter dem Ofen und pflegte es wie ihr eigenes Kind der Hirte aber ging den folgenden Tag auf den Berg dort hatte er mal ein Schäfchen begraben das von einem Felsen gestürzt und gestorben war davon nahm er ein paar Knöchelchen und brachte sie dem König das sind des Kindes Knöchelchen sagte er die wilden Tiere haben das zerrissen da lobte ihn der König und entließ ihn mit reichen Geschenken der Knabe aber wuchs heran mit den anderen Kindern des Hirten und er zog mit ihnen hinaus auf die Berge und half die Schafe des Königs hüten er war aber in allen Dingen sehr geschickt und keiner konnte schönere Rohrpfeifen verfertigen und lieblicher auf dem Horn blasen als er dabei war er sehr mutig und gewand und kletterte auf die höchsten Bäume der Hirte aber den er für seinen Vater hielt hatte ihm eine Armbrust geschnitzt damit ging er in den Wald und schoss allerlei Vögel und andere kleine Tiere er wusste auch allerlei Schlingen zu stellen womit er Vögel fing und er zähmte sie und sie folgten ihm wo er hinging ging eines tages war auch einmal in den Wald gegangen da sah er in einem Busch eine Gold Amsel sitzen sobald sie ihn sah flog sie weiter und da er ihr immer begierig folgte so lockte sie ihn immer weiter und weiter von seiner Herde ab in den Wald hinein die Gold Amsel aber blieb immer sitzen bis er ganz nahe bei ihr war und flog wieder fort wenn er sie eben zu erhaschen glaubte da er sie aber gar nicht bekommen konnte so dachte er wieder an den Rückweg aber er konnte ihn nicht finden er rief seinen Kameraden aber er bekam keine Antwort da stieg er auf einen großen Baum und sah in der Gegend umher aber er konnte nichts sehen als lauter Wald und Wald die Sonne aber neigte sich zu ihrem Untergang darum stieg er herab und beschloss hier zu übernachten und den folgenden Morgen zu den seinigen zurückzukehren in seiner Hürtentasche fand er noch ein paar Kartoffeln und ein Stück Brot darum suchte er sich ein paar Döhre Hölzer zündete ein Feuer an und priet sich seine Kartoffeln wie er aber so am Feuer saß und sah wie die Flamme knisterte und der Rauch durch die Äste sich empor zog gewahrte er oben auf einem Zweig die Gold Amsel die ihn so irre geführt hatte Warte Warte sagte er du sollst mich nicht mehr irre führen dann nahm er einen Feuerbrand und wollte sie damit tot werfen aber sie fing ihn mit dem Schnabel auf und flog herunter und legte den Brand wieder aufs Feuer dann setzte sie sich auf einen Stein ihm gerade gegenüber da merkte aber Siegmund dass das keine gemeine Gold Amsel sein musste und sah sie lange Zeit ganz stumm an auf einmal aber flog ihm der Vogel dreimal um den Kopf setzte sich in die Flammen und ein dichter Rauch bedeckte ihn ganz und karr aus dem Rauch aber erhob sich die Gestalt eines alten Mannes der sprach Sigmund folge mir da nahm er einen Feuerbrand in die Hand und ging in eine große Eiche auf und er trat hinein die Eiche aber war inwendig hohl und eine Wendeltreppe wandte sich tief in den Boden hinab Sigmund folgte ihm nach und sie kamen endlich in ein rundes Gemach in dem war nichts als ein großer runder Spiegel der mit einem Vorhang bedeckt war da nahm der Alte den Teppich weg und hieß den Knaben in den Spiegel sehen als Sigmund lange verwundert hineingeblickt hatte fragte ihn der Alte was siehst du ich sehe ein prächtiges Gemach sagte der Knabe darin sitzt ein junger König auf dem Thron und hält ein goldenes Zepter in seiner Hand um ihn herum aber stehen sechs Knaben und sechs Mädchen die halten Blumengränze in ihren Händen und scheinen ihm zu rufen Heil unserem König dieser König wirst du einmal sein sagte der Alte wenn du tun willst was ich dir sage da versprach Sigmund ihm gehorsam zu sein der Alte aber führte ihn aus dem Gemach in einen langen langen Gang der endlich auf einem sehr hohen Berg endigte es war Nacht und der Alte setzte sich mit Sigmund auf eine Rasenbank kühle Winde spielten um ihren Sitz herum und nach kurzer Zeit schlief der Knabe ein die Sonne war eben aufgegangen und ein frischer Morgenwind strich über die Seite des Berges hin da wachte der Knabe aus seinem Schlaf auf und sah verwundert umher denn er wusste nicht wo er war er saß in einer Laube die von ein paar Sträuchern gebildet war an denen sich wildes Geißblatt in die Höhe gewunden hatte vor sich sah er auf eine weite weite Ebene herab die von einem breiten strom durchflossen war eine menge von städten und dörfern glänzten ihm entgegen und unten am berg hörte er die hirten blasen und sah das vieh auf die weide treiben wo bin ich denn sagte er bei sich wie bin ich hierher gekommen indem er aber so überlegte sah er auf einem baum neben sich die gold amsel sitzen da er erinnerte er sich schnell an den vergangenen tag und was ihm da begegnet war die gold amsel aber verschwand in dem gebüsch und ein alter kreis trat wieder statt ihrer hervor ich werde dich jetzt allein gehen lassen sprach er zu ihm weiter kann ich dich nicht begleiten handle recht und scheue niemand damit du aber doch ein andenken von mir hast so nimm hier diesen spiegel den trage auf deiner brust und besieh dich jeden abend darin er hat einige eigenschaften die dir nicht lange unbekannt bleiben werden mehr 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 brauche ich nicht zu sagen leb wohl mit diesen worten verschwand der kreis und siegmund stieg vom berg herab in die ebene er wanderte aber selbigen tag sehr weit und kam am abend bei einer großen stadt an es war aber bereits nacht geworden und die tore der stadt waren verschlossen da dachte siegmund wenn ich doch nur irgendwo ein haus sehen könnte das mich diese nacht über beherbergte aber hier ist alles wie aus gestorben er wanderte noch eine strecke an der mauer fort mit welcher die gärten vor der stadt eingeschlossen waren und kam an eine tür die führte in einen großen prächtigen garten er versuchte ob sie sich nicht öffnen ließe und zu seiner freude tat sie sich auf er trat hinein und befand sich in einem langen laubgang der führte ihn an ein kleines gebäude das einem tempel ähnlich sah die tür war verschlossen aber vor der tür war ein weicher rasensitz der von einem großen baum beschattet war er setzte sich darauf und da er ihn groß fand sich darauf zu legen so beschloss er hier zu übernachten bevor er sich aber niederlegte zog er den kleinen Spiegel hervor den ihm der alte geschenkt hatte und blickte hinein er er sah darin sein eigenes bild in hellem tageslicht und wunderte sich darüber dass der Spiegel einen solchen glanz von sich gab dass alles um ihn herum davon erleuchtet wurde froh über diese Erscheinung steckte er ihn in seinen Busen und legte sich zur Ruhe da er aber den Tag über weit gegangen war so schlief er bald ein er mochte aber noch nicht lange geschlafen haben da fühlte er dass ihn jemand am Arm gefasst hatte er wachte auf und sah vor sich einen alten Mann der trug eine Laterne in der Hand und fragte ihn wie er in den Garten gekommen sei Sigmund erzählte ihm alles genau und nachdem er geendet hatte bat er den Mann ob er ihm nicht erlauben wolle bis morgen dem der Knabe gefallen mochte gab ihm zur Antwort komm mit da folgte ihm Sigmund und der Mann schloss die Tür des Gartens zu und führte ihn dann in ein kleines Häuschen das in ein dichtes Gehölz gebaut war du kannst heute Nacht bei mir bleiben sprach er und setzte ihm etwas zu essen vor das sich der Knabe trefflich schmecken ließ dann führte er ihn in ein kleines Zimmer wo ein Bettchen stand und wünschte ihm eine gute Nacht der Knabe legte sich nieder und schlief bis in den anderen Morgen als die Sonne schon hoch am Himmel stand das heißt aber lange schlafen sagte er und kleidete sich schnell an um von seinem freundlichen Wirt Abschied zu nehmen dieser aber nahm ihn bei der Hand und sagte höre Knabe wenn es dir gefällt so bleibe bei mir ich brauche gerade so einen Jungen wie du bist der mir im Garten hilft du sollst es gut bei mir haben da versprach ihm der Knabe zu bleiben der Mann aber war ein Gärtner der des Königs Garten zu besorgen hatte des Morgens schickte er den Knaben an einen Bach der rings um den Garten floss und ließ ihn dort Wasser schöpfen damit musste er dann die Blumen und Zitronenbäume begießen die wie ein ordentlicher Wald in dem Garten gepflanzt waren dasselbe tat er am Abend am Mittag aber durfte er für sich in dem Garten umher gehen und arbeiten was er wollte er besah dann die schönen Springbrunnen und die Vogelhäuser mit den wunderschönen Vögeln und die Teiche mit ihren weißen Schwänen und glänzenden Goldfischen er hatte aber Freundschaft gemacht mit einem anderen Knaben der kam des Nachmittags zu ihm und sie gingen dann miteinander durch den königlichen Garten einmal standen sie am Teich in welchem die Goldfische waren und sahen zu wie sie lustig auf und abschwammen und warfen ihnen Bruhsamen hinein zum Fressen da sagte der Nachbars Knabe wenn ich doch auch nur so ein Fischchen hätte du könntest mir wohl eins davon geben ihr habt ja eine große Menge das darf ich nicht sagte Siegmund sie gehören dem König und ich darf nicht verschenken was nicht mein ist was tut es denn sagte der andere auf so ein Fischchen wird es nicht ankommen ich schenke dir auch einen recht schönen Vogel dafür da dachte Sigmund nun das wird nichts zu sagen haben er holte also ein kleines Netz lockte die Fische herbei und haschte mit leichter Mühe ein Fischchen heraus der der nachbars knabe aber trug es fort und brachte ihm einen schönen gelben Vogel es war eine Gold Amsel wie aber Sigmund die Gold Amsel sah da ward ihm doch sonderbar zumute und er dachte an die Warnung des Alten als er ihn am Berg verlassen hatte er schämte sich aber das Gold Fischchen zurück zu fordern und trug den Vogel auf sein Zimmer Am Abend aber als er sich eben schlafen legen wollte da blickte er noch einmal in seinen Spiegel wie ihm der alte gesagt hatte da sah er auf seiner Stirn einen schwarzen Flecken er glaubte anfangs das läge wohl am Glas und rieb daran aber der Flecken wollte sich nicht abwischen lassen als er aber noch einmal an dem Glas rieb da hüpfte die Gold Amsel aus ihrem Käfig heraus und verwandelte sich in den Alten der mit ernstem Gesicht und drohendem Finger den erschrockenen Knaben anredete Sigmund Sigmund hast du mir nicht versprochen treu und redlich zu sein glaube mir der Spiegel trügt nicht und der Fleck haftet nicht im Glas sondern auf deiner Seele da erkannte Sigmund wie sehr er gefehlt hatte dass er den Gold Fisch verschenkte er bat unter Tränen den Alten um Verzeihung und versprach ihm aufs Heiligste nie wieder so etwas ähnliches zu tun der Alte ließ sich durch seine Reue bewegen ergriff in die Tasche und brachte einen Gold Fisch hervor setze diesen in den Teich sagte er und hüte dich in Zukunft vor den Flecken Sigmund tat wie ihm der Alte gesagt hatte er setzte das Fischlein zu den anderen und ließ sich niemals wieder so etwas zu Schulden kommen er hatte aber schon mehrere Jahre bei dem Gärtner gelebt und war zu einem kräftigen Jüngling herangewachsen da kam eines Tages der König in den Garten und der Gärtner führte ihn umher und zeigte ihm alles was neu angelegt war denn es war schon lange Zeit dass der König nicht mehr im Garten gewesen war er kam aber auch zu einem Apfelbaum den er einst in seiner Jugend pflanzte und hatte selbst einen Zaun darum gemacht und diesen mit einer Tür verschlossen der Baum hatte aber dieses Jahr zwölf Äpfel getragen gelb mit puperoten Punkten daran hatte der König eine große Freude und befahl dem Gärtner sie wohl zu hüten dass keiner entwendet würde ich werde in ein paar Tagen wiederkommen und sie abbrechen sagte er und entfernte sich der Gärtner aber kannte die heftige Gemütsart des Königs und beschloss Tag und Nacht zu wachen dass keiner der Königs Äpfel entwendet würde wir wollen abwechseln sagte er zu Sigmund wache du die Hälfte der Nacht und die Hälfte des Tages so will ich die andere Hälfte wachen also warten sie drei Tage am vierten aber als der Gärtner bei dem Baum stand hörte er in einem anderen Teil des Gartens ein großes Geschrei und mehrere Menschen riefen um Hilfe da lief er schnell in die Gegend wo er die Stimme gehört und sah wie ein paar Knaben die immer um den König waren einen ihrer Kameraden aus dem Teich zogen in den er gefallen war der alte Gärtner half ihnen dabei führte den Knaben der ins Wasser gefallen war in sein Haus und ließ seine Kleider am Feuer trocknen er selbst aber ging eilig zu dem Baum als er aber angekommen war sah er dass sechs der Königsäpfel fehlten ich bin verloren schrie er ich bin verloren wenn der König erfährt dass die Äpfel fehlen so schrie er und rannte wie wahnsinnig um den Baum herum und rief ich bin verloren ich bin verloren auf sein Geschrei kam Sigmund hinzu und fragte was es gäbe siehst du nicht sagte der alte dass nur noch sechs Äpfel da sind wir beide sind verloren wenn der König kommt Sigmund suchte ihn zu trösten und versprach den König zu beruhigen aber es half nichts der Gärtner war untröstlich und in dem Augenblick trat auch der König in den Garten begleitet von allen seinen Knaben die ihn bedienten der Gärtner senkte den Blick zur Erde und erwartete sein Urteil was fehlt dir fragte ihn der König der arme Alte konnte kein Wort sprechen sondern deutete mit der Hand auf den Baum und die andere legte er auf sein Herz und sprach ich bin unschuldig da blickte der König nach dem Apfelbaum und runzelte und runzelte Stirn vor Zorn und sprach wenn du mir nicht den schaffst der dir die Äpfel genommen hat so nehme ich dich statt jenem damit ging er weiter der Gärtner stand da in stummer Verzweiflung wie war es ihm möglich den Schuldigen zu finden er hatte niemand gesehen ich bin verloren rief er aus niemand kann mich retten Sigmund aber betrübte sich sehr über das Unglück seines geliebten Herrn er ging herum und sah auf ein Mittel zur Entdeckung aber er fand nichts es war Abend und er hatte noch nichts ausgedacht als er aber am Abend wie gewöhnlich in seinen Spiegel sah kam ihm ein Gedanke der ihm Hoffnung gab wenn der Spiegel mir meine Vergehungen anzeigt dachte er so wird er es wohl auch bei anderen tun geschwind zu dem König so dachte er schließt sich heimlich und schnell in den Palast des Königs und begehrte mit dem König zu reden als er vor den König kam warf er sich vor ihm nieder und sprach gnädiger Herr das Mitleid mit eurem alten unschuldigen Diener führt mich zu euch erlaube dass ich in eurem Palast den suche der die Äpfel entwendet hat das magst du tun sagte der König aber kannst du den schuldigen mir nicht nennen so dass er selbst sein vergehen eingesteht so erhältst du seine Strafe ich will alle meine Diener in einen Saal schicken da suche den schuldigen wenn du kannst darauf ließ er Sigmund in einen Saal führen und alle seine Diener mussten nacheinander hineintreten Sigmund aber hielt einem jeden seinen Spiegel vor und sagte wer frei ist von schuld der sieht sein klares Angesicht wer sich aber des Vergehens bewusst ist dem wird ein schwarzer Fleck die Stirn bedecken es sahen aber viele hinein und sahen nichts als ihr Angesicht endlich aber kam auch ein Knabe den liebte der König sehr als ihm aber Sigmund den Spiegel vorhielt wurde er blass und trat zurück denn er sah dass ein großer schwarzer Fleck auf seiner Stirn stand nun wer ist der Dieb fragte Sigmund ich bin's stotterte der Knabe und sank vor ihm nieder bitte für mich beim König sonst bin ich verloren da ging Sigmund zu dem König und stellte ihm den Knaben vor gnädiger König sagte er der ist's der die Äpfel genommen hat der König aber wollte seinen Augen nicht trauen ist es möglich rief er aus dass du den ich mit Wohltaten überhäuft habe so schändlich mein Gebot übertreten konntest man nehme ihn und hänge ihn an seinem Hals an jenen Apfelbaum da fiel aber Sigmund vor dem König nieder und sprach oh seid gnädig mein Herr und vergebt ihm noch dieses Mal vergeben ist besser als strafen und gütig sein besser als zürnen da ließ sich der König bewegen und verzieh dem Knaben zu Sigmund aber sprach er du bleibst bei mir ich kann deine Dienste noch mehr gebrauchen da blieb Sigmund am Hof des Königs und ward geachtet wie die anderen königlichen Diener und Räte die an dem Hof des Königs waren sein Spiegel aber ward noch oft gebraucht und die Furcht vor der Entdeckung war so groß dass kein Bösewicht es wagte irgendein Verbrechen zu begehen daher kam es dass Sigmund dem König täglich lieber und unentbehrlicher wurde eines Tages aber ließ der König Sigmund zu sich rufen und schloss sich mit ihm in ein kleines Zimmer ein dann setzten sie sich und der König sprach zu Sigmund ich vertraue deiner Verschwiegenheit wenn ich dir ein Geheimnis mitteile ich bedarf deines Rates und deines Beistandes aber du musst mir bei Verlust deines Lebens versprechen niemandem ein Wort von dem zu entdecken was ich dir sagen werde da versprach ihm Sigmund das Geheimnis aufs Verschwiegenste zu bewahren Nun denn sagte der König so höre ich habe einst einen Sohn gehabt den habe ich unter die wilden Tiere setzen lassen weil man mir gesagt hatte der Sohn würde mich einst töten diese Handlung hat mich seitdem sehr geräut ich hätte vieles darum gegeben wenn es nicht geschehen wäre ich habe keinen Sohn der mich in meinem Alter unterstützen könnte ich habe keinen Nachfolger dem ich der einst wenn ich sterbe Krone und Reich übergeben könnte meine Stadthalter werden sich dann um meine Länder streiten und Unheil und Blut vergießen wird die Folge davon sein das habe ich mir gestern so recht lebhaft gedacht ich schlief darüber ein und hatte einen Traum ein alter Mann deuchte mir kam zu mir und sagte siehe dein Sohn lebt noch ist das nur eine Täuschung oder ist es die Wahrheit kurz ich konnte nicht mehr schlafen ich schickte sogleich nach dem Hürden die mich einst den Knaben zum Aussetzen gegeben hatte allein der war längst tot und seine Kinder hatten sich zerstreut darum mache du dich auf und reise durch mein ganzes Land und erkundige dich ob du nichts von meinem Sohn Sigmund hörest kannst du mir ihn zurück bringen so sei meines Dankes gewiß damit entließ ihn der König und Sigmund rüstete sich noch in der Nacht zur Abreise am folgenden Morgen ritt er zum Tor hinaus begleitet von zwei Dienern die er sich aus erlesen hatte ohne zu wissen wohin er gehen sollte ritt er eben gegen Sonnenaufgang zu und kam am Mittag in ein kleines Gehölz da die Sonne so warm schien machte er Halt stieg mit seinen Dienern ab und lagerte sich im Gras an einer Stelle wo man die Aussicht auf ein kleines Tal hatte in dem Tal lag ein einziges Haus und ein paar muntere Jungen weideten Schafe und Ziegen auf den naheliegenden Höhen da ergriff ihn ein sonderbares wehmütiges Gefühl es regte sich in seinem Innern als er den Ton der Rohrpfeifen hörte und es kam ihm vor als ob er in seiner Jugend schon einmal dagewesen wäre und die als er so nachdenklich um sich her blickte nahte sich ein Wanderer der lagerte sich unter einem Baum zog ein kleines Buch heraus und las darin eifrig dabei lachte er bisweilen und schien dann wieder recht betrübt zu sein darf man wohl wissen fragte ihn Sigmund was für ein Buch das ist in dem ihr so eifrig leset oh ja sagte der Wanderer es ist die Geschichte des Prinzen Sigmund der unter dem Meer leben soll und von dem man allerlei erzählt da bin ich vor ein paar Tagen an das Meeresufer gekommen wo ein steiler Fels in die Luft hinaus ragt da saß dort ein alter Mann der sagte mir da unten sei noch eine Welt und ein Prinz Sigmund lebe dort und schenkte mir das Büchlein da erkundigte sich Sigmund genau nach dem Ort und der Fremde beschrieb es ihm dass er es gar nicht irren konnte da machte er sich sogleich auf und am dritten Tag kam er an den Ort den ihm der Fremde bezeichnet hatte ein hoher Felsen ragte über das Meer hinaus und die Wellen schlugen an ihn und brausten ohne aufhören Sigmund stand lange und sah in das schäumende Meer hinab und dachte bei sich da drunten soll Prinz Sigmund wohnen wie soll ich da hinab nieder und wartete ob nicht vielleicht der Alte herkommen möchte von dem ihm der fremde Wanderer gesagt hatte aber er kam nicht da wurde es Nacht und der Mond erschien am Himmel und leuchtete mit stillem Glanz auf das Meer herab da rauschte das Wasser mächtiger auf und aus den Fluten tauchte ein alter Mann heraus und kletterte mit bewunderungswürdiger Geschwindigkeit an dem Felsen herauf als er vor ihnen stand winkte er sogleich den beiden Dienern Sigmunds sich zu entfernen zu Sigmund aber sprach er ich weiß genau warum du gekommen bist du willst den Prinzen Sigmund befreien der hier schon lange gefangen sitzt es wird dir aber nicht so leicht gelingen und du kannst dein Leben dabei verlieren darum will ich dir einen Vorschlag tun der für uns beide sehr vorteilhaft ist und dich nur ein kleines Opfer kostet du ziehst wieder nach Hause zu dem König Christoph und sagst ihm ich hätte dir erklärt du seist sein Sohn er wird dir es gewiss glauben denn ich werde ihm noch einmal im Traum erscheinen wie ich ihm schon erschienen bin darüber wird er eine große Freude haben und wird dich zu seinem Mitregenten erklären und wenn er stirbt so bist du König den eigentlichen Prinzen will ich schon so bewachen dass er das Tageslicht nicht mehr erblicken soll und für diesen großen Dienst den ich dir erweise verlange ich weiter gar nichts als das Leben deiner zwei Diener du stürzest sie ins Meer und sagst denn wenn dich der König jeder nach fragen sollte sie seien zufällig umgekommen ich bin nämlich der sogenannte Meer kreis und muss alle paar jahre einige menschen haben die mir auf diese weise geopfert werden und da du siehst dass ich große gewalt besitze und nicht undankbar bin so könntest du mir wohl den gefallen tun er wollte noch weiter reden aber Sigmund sprach du willst mich durch deine Versprechungen anlocken dass ich den König belüge und meine treuen Diener dir opfere mache dich davon oder ich stoße dir mein Schwert durch den Leib das wirst du wohl bleiben lassen sagte der alte ein menschliches Schwert kann mir nichts anhaben und meine Macht ist so groß dass ich dich im Augenblick vernichten kann wenn ich nur will aber ich bin großmütig und lasse mich sogar zu bitten herab was ich doch durch Gewalt erzwingen könnte wenn du mir nicht deine zwei Diener geben willst so gib mir wenigstens einen und ich verspreche dir alle Schätze des Meeres ich will dir einen Palast von Perlen bauen und ihn mit Diamanten besetzen aber gib mir einen deiner Diener mache dich fort unverschämter sagte Sigmund und rief seine Diener herbei da blitzte es am klaren Himmel und die Oberfläche des Meeres hob sich in die Höhe und eine Wolke zog sich vom Himmel herab und vereinigte sich mit dem Meer wo sie aber zusammen hingen bildeten sie eine Säule die sich im Wirbel herum drehte und Sigmund näherte Er hatte nicht Zeit zu entfliehen Der Wirbel erfasste ihn und drehte ihn im Kreis unter die Wellen Als er wieder zu sich kam saß er in einem Gemach dessen Wände aus Perlmutter waren und an der Wand hing ein großer Spiegel der war mit einem grünen Vorhang bedeckt Vor ihm aber stand ein Kreis der Nämliche mit dem er oben auf dem Felsen gesprochen Sigmund redete er ihn mit sanfter Stimme an Kennst du mich? Ja ich kenne dich sagte Sigmund und ob ich gleich in deiner Gewalt bin so werde ich doch nie dein Begehren willigen da lächelte der Alte und sprach Nun ich freue mich dass du mein Wort bewahret hast das ich dir mit gab als ich dich durch den Felsengang auf den Berg führte Tue recht und scheue niemand ich habe sehen wollen ob der Ehrgeiz dir mehr ist als deine Pflicht du hast die Probe glücklich bestanden du bist also entschlossen den Prinzen Sigmund zu seinem Vater zu bringen wohl an denn hier ist er mit diesen Worten zog er die Decke von dem Spiegel weg und Sigmund erblickte darin sein eigenes Bild Darauf erklärte ihm der Alte wie es mit seiner Geburt zugegangen und wie der Hirte ihn erzogen und wie er ihn als Gold Amsel durch die Erde auf den Berg geführt hatte Jetzt ziehe wieder nach Hause sagte er der König wird dich als seinen Sohn erkennen Da nahm ihn der Alte bei der Hand und führte ihn durch einen langen Gang aufwärts und als er sich umsah stand er auf dem Felsen und seine Diener waren eingeschlafen da weckte er sie auf und sie sattelten die Pferde setzten sich darauf und ritten eilig der Stadt Unterdessen aber war dem König Christoph der Alte wieder im Traum erschienen und hatte ihm erklärt dass Sigmund sein Sohn sei da wusste sich der alte König vor Freude nicht zu fassen er rief alle seine Diener und zog am frühen Morgen hinaus seinem Sohn entgegen seine Augen spähten auf der Ebene umher aber er sah ihn nicht als sie aber gegen Mittag in rumbogen da hielt Sigmund mit seinen Dienern vor ihm mein Sohn rief der alte im höchsten entzücken und ließ sich geschwind vom Pferd helfen aber seine Füße wollten ihn nicht mehr weiter tragen da sprang Sigmund schnell vom Pferd und eilte zu ihm mein Sohn ich habe dich nachdem ich so lange gesucht habe ich habe dich wieder gefunden aber die Weissagung wird in Erfüllung gehen er wird dich nicht kennen und wenn er dich kennt wird er dich töten sprachen die drei Schwestern die Freude tötet mich da ließ der König Christoph sein Haupt sinken und starb Sigmund aber betrauerte von Herzen seinen Vater er ließ ihn in die Stadt bringen und verließ drei Tage sein Lager nicht am vierten aber ward er begraben mit aller Pracht und die ganze Stadt folgte seinem Leichenzug darauf ward Prinz Sigmund zum König ausgerufen und man feierte große Feste als diese aber vorbei waren suchte Prinz Sigmund die Kinder des Hirten auf der ihn erzogen hatte und nahm sie zu sich an seinen Hof und ließ einem jeden einen eigenen Palast bauen dem alten Gärtner aber bei dem er gearbeitet schenkte er den ganzen Garten bloß den Apfelbaum behielt er für sich der die Königsäpfel trug darauf lebte er noch viele Jahre und erreichte ein hohes glückliches alter elisabeth halden der tapfere königssohn es war einmal ein gewaltiger und sehr ungerechter sultan der hieß hassan er zog gegen alle herrscher zu felde und nahm ihnen ihre reiche fort das hatte er auch mit dem sultan mahomet getan der ganz arm geworden war und vor kummer endlich starb er es soweit war rief er seinen einzigen sohn den prinzen ali und sprach zu ihm mein lieber sohn ich kann dir leider nichts hinterlassen als drei tiere die mir treu und anhänglich gedient haben das kamel wanker den hund joldasch und den falken mirus du bist klug und tapfer vielleicht gelingt es dir wieder zu gewinnen was ich verloren habe die drei tiere werden dir stets zu diensten sein und mein segen wird auf dir ruhen du warst immer ein guter sohn und mein größter trost im unglück darauf entschlief der alte sultan sanft ali begrub ihn und betrauerte ihn tief als er sich etwas gefasst hatte überlegte er betrübt was er beginnen solle um nicht zu verhungern es werde ihm nichts übrig bleiben als sein kamel als last hier zu vermieten und selbst als treiber mitzugehen der hund und der falke mochten sich einen anderen herrn suchen er konnte sie nicht mehr ernähren so schwer ihm auch die trennung wurde traurig saßen sie alle vier beieinander da sprach der hund joldersch der der klügste und erfahrenste von ihnen war verzagen darf man niemals und auseinander gehen wollen wir auch nicht sondern wir alle werden dir treu beistehen dass du wieder in gute verhältnisse kommst kameltreiber zu werden schickt sich nicht für einen königs sohn lieber suche dir eine prinzessin die du heiraten kannst und die dir ein neues königreich als hochzeitsgabe mitbringt das kamel wanker und der falke mirus fanden diesen rat sehr verständig und stimmten joldersch zu aber Ali erwiderte traurig wo soll ich eine solche prinzessin finden wird sie mich auch wollen ist sie aber sehr widerwärtig so mag ich sie auch nicht nun mussten wanker und mirus dem prinzen wieder recht geben aber joldersch ließ sich nicht entmutigen sondern redete also ich weiß von einer prinzessin melexala der hat der böse sultan hassan auch das königreich fortgenommen das sie von ihrem vater erbt hatte er hat sie mit sich geschleppt und hält sie in der hauptstadt gefangen denn sie soll wunderschön sein und er möchte sie gern heiraten aber sie will ihn nicht das wäre also die rechte nun ist es sehr schwer zum melexala zu gelangen denn hassan lässt alle landstraßen bewachen wer ergriffen wird dem kostet es den kopf ich wollte schon alles aufbieten um zu der prinzessin zu gelangen sagte ali nur müsste ich erst wissen was ich vorhin sagte dass wir beide einig sind mir erbot sich nun hinzufliegen und seinem herrn bescheid zu bringen dieser schrieb einen brief und fragte an was melexala von seinem vorschlag denke und mir und mir flog davon es dauerte lange bis er wieder kam und die anderen drei fürchteten schon ihm sei ein unglück zugestoßen endlich erschien er wieder es war ein gefährliches unternehmen gewesen und es hatte viel mühe gekostet der prinzessin die botschaft zu überbringen sie hatte sich genau nach dem prinzen erkundigt und als sie von dem falken hörte dass er ebenso klug wie schön und gut sei wurde sie sehr froh und sagte sie werde ihn gern zum gemahl nehmen und er solle sich nur aufmachen um sie zu befreien sie gab mir auch ihr bild mit dass sie in eine goldene kapsel einschloss und ihm um den hals hängte als sie der prinz in ihrer wunde holden schönheit sah fasste er eine so er werde mit freuden sein leben für eine solche prinzessin wagen er schnallte seinen säbel um und zog seine besten kleider an für das wenige geld das er noch besaß kaufte er lebensmittel für sich und seine tiere dann bestieg er das kamel jolder strabte hintentrein und mirus schwebte über seinem haupt so traten sie ihren weg an zuerst mussten sie durch einen dichten wald vor dem sich alle menschen fürchteten denn ein fürchterlicher drache hauste darin der jeden tötete der ihm begegnete er hatte drei köpfe und wenn ihm einer abgeschlagen wurde so wuchs gleich ein neuer deshalb war er auch nicht zu besiegen aber Ali war sehr geschickt im fechten und kämpfen und er konnte sein Schwert so schnell schwingen dass es wie ein leuchtender kreis aussah die klinge war vom besten stahl und im stärksten feuer gehärtet so behielt er seinen guten mut und sie drei tage durch den wald gezogen waren und schon hofften sie würden den drachen gar nicht treffen hörten sie ein furchtbares schnauben und fauchen und plötzlich wälzte sich ein ungeheuer auf sie los die drei köpfe sperrten ihre rachen auf und giftiger atem entströmte ihnen mit feurigem schein die füße hatten entsetzliche krallen und der lange mit schuppenbedeckte leib endete in einem gewundenen schwanz mit dem das und hier die luft peitschte mit furchtbarem gebrüll stürzte er auf den prinzen los der aber hatte sein schwert längst gezogen und ließ es nun um sich herum wirbeln so konnte ihm der drache nichts anhaben im nu flog der erste kopf ab und gleich darauf der zweite jolder sprang nun zu und packte den hals mit seinen zähnen sodass alles blut fortran und sich kein neuer kopf bilden konnte und wanker machte es ebenso mit seinen beinen mit denen es auf den zweiten hals trat kopf mirus aber ergriff die beiden abgeschlagenen köpfe und warf sie in einen tiefen abgrund der neben der höhle des drachen war mit dem dritten kopf dem stärksten von allen hatte der prinz noch große not aber endlich schlug er auch diesen ab und gleich darauf den hals dass kein neuer wachsen konnte mit dem blut des drachen bestrich der prinz dann seinen ganzen körper wodurch er unverwundbar wurde sie zogen nun weiter und erreichten einen großen see über diesen mussten sie hinübersetzen denn die landstraße durften sie nicht betreten weil dort die soldaten des sultans niemand durchließen aber in dem see sollte eine furchtbare wasserschlange hausen am ufer lagen viele abgestorbene baumstämme diese banden sie zusammen sodass es ein floß wurde um darauf die überfahrt zu wagen denn zum durchschwimmen war der see viel zu breit als sie mitten auf dem wasser waren stieß der falke der über dem fahrzeug flog einen warnungsschrei aus da hob sich auch schon die riesige schlange aus den fluten sie stieg hoch empor und neigte dann im bogen ihren hals herab um den hatte sie nicht aus den augen verloren im nu durchfuhr sein schwert die luft und zerschnitt den schlangen leib die eine hälfte versank in den fluten die andere ergriff miros mit seinem schnabel und jolder zog ihr die haut ab die ganz dünn und fein war ali betrachtete sein tun mit bewunderung aber der kluge hund belehrte ihn dass dies eine tarnhaut sei die unsichtbar mache und zeigte ihm die wirkung indem er sie sich selbst überwarf da war er verschwunden und kam erst wieder zum vorschein als er die tarnhaut abgestreift hatte nun steckte sie der prinz zu sich und hob sie sorgfältig auf sie zogen nun weiter und konnten nicht mehr fern vom rand des waldes sein als ihnen eine feurige lohe und schwere rauchwolken ihnen fast den atem benahmen die abgestorbenen bäume die sich auch hier in menge vor fanden waren in brand geraten und darin schwebte eine gestalt in feuerfarbigen gewändern und streckte drohend die arme nach ihnen aus es schien ein feindlicher kobold zu sein der sie vernichten wollte die treuen tiere verloren fast den mut und rieten zur flucht ehe die flamme sie ergriff denn der feuergeist ist der schlimmste aller dämonen aber ali wollte nicht zurück weichen ein ausweg gab es nirgends wollte er vorwärts so musste er durch das feuer er warf die tarnhaut über und empfand dass sie ihn auch vor der klut beschütze dann stürzte er auf den feuergeist los und begann mit ihm zu ringen dabei und sobald er dieses in händen hatte sank der kobold zusammen und die flammen erloschen es blieb nur ein häuflein asche übrig und ali und seine tiere konnten diese ohne gefahr überschreiten und den wald verlassen das diadem war ihm als siegesbeute geblieben in seiner mitte glänzte ein prachtvoller karfunkelstein und wo dessen strahlen hintrafen zerschmolz alles kein schloss und kein riegel konnten ihm widerstehen wie joldasch sagte der mit allem zauberwesen bescheid wusste sie verließen nun den wald und gelangten auf die landstraße bald begegnete ihnen ein ganzes regiment soldaten der oberst schrie dem prinzen gebeterisch halt zu und dieser musste gehorchen nun wurde ihm erklärt dass er ein gefangener sei denn niemand dürfe in das reich des sultans hasern diesem solle die überschreitung gleich gemeldet werden und wenn er es befehle so werde dann die hinrichtung des eindringlings sofort erfolgen und 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 das kamel warf seine langen beine mit unerhörter schnelligkeit durcheinander auf der straße nach der hauptstadt des sultans so dass jolder schnurr mühsam mit lang heraushängender zunge schritt halten konnte mir russ flog voran und zeigte den weg an der stadtmauer angelangt stieg der prinz ab und nahm vorläufig abschied von seinen treuen tieren was es nun zu tun gab musste er allein vollbringen sie sollten auf ihn warten das tor war durch schloss und riegel gesichert aber der karfunkelstein zerschmolz beides und in seiner tarnhaut wanderte ali durch die straßen dem schloss zu unsichtbar schritt er durch die wachen und keine tür konnte ihn am vordringen hindern so schritt er durch gänge und säle bis zum schlafgemach des sultans der in festem schlummer auf seinem lager ruhte prinz ali legte nun die tarnhaut ab und zog sein schwert aus der scheide so stand als er den sultan nun weckte dieser bekam einen gewaltigen schreck und wollte nach der klingelschnur über seinem bett greifen aber mit einem hieb hatte ali sie durchschnitten und nun sagte er zum sultan so ergeht es dir mit deinem kopf wenn du einen laut von dir gibst oder wenn du nicht tust was ich verlange du bist ein schändlicher thronräuber und hättest eigentlich vorrecht ergehen lassen wenn du mir und der prinzessin melexala die länder wieder gibst die du uns genommen hast hier ist die urkunde in der du beim bad des propheten dies erklärst wenn du deinen schwur nicht hältst so forderst du selbst in dem schreiben deine soldaten und deine untertanen auf dir nicht länger zu gehorchen sondern mich den prinzen ali statt deiner als herrscher einzusetzen der sultan weigerte sich zuerst gab aber endlich nach denn er sah wohl ein dass ali nicht spaßen würde schäumend vor wut unterschrieb er darauf fesselte ihn ali an händen und füßen dass er sich nicht rühren konnte und steckte ihm einen knebel in den mund um ihn am schreien zu hindern denn so ganz traute er ihm noch nicht und er wollte Zeit gewinnen zuletzt wünschte er dem sultan gute nacht schloss die tür ab und nahm den schlüssel mit sich es musste also geraume zeit dauern bis der gefangene befreit werden konnte von seinem falken hatte er sich genau den turm beschreiben lassen in dem die prinzessin gefangen gehalten wurde in der tarnhaut schritt er dorthin öffnete durch seinen karfunkelstein alle türen und stand plötzlich vor melex salah die von furcht und hoffnung bewegt weinend am fenster saß ali hatte natürlich die tarnhaut abgelegt und sie begrüßte ihn nun mit freuden als ihren retter und ihren künftigen gemahl auch er war entzückt von ihrer anmut sie machten sich nun wieder unsichtbar und verließen die stadt draußen bestegen sie das getreue kamel wanker und dieses eilte mit ihnen davon gefolgt von jolders und mirus als sie in das königreich von alis vater kamen herrschte große freude er wurde als könig anerkannt denn der sultan hassan vor dem sich alle fürchteten hatte es ja selbst in einer urkunde befohlen die der prinz vorzeigte es wurde eine frohe hochzeit gefeiert und dann zog das junge königs paar in melexalas land und es wurde ihm auch hier gehuldigt die getreuen tiere aber hatten es sehr gut ihr herr und ihre neue herrin liebten sie zärtlich und waren ihnen von herzen dankbar dem sultan hassan wurde seine nachgiebigkeit wieder leid als er endlich befreit war er schwur ali furchtbare rache er bot seine ganze kriegsmacht auf um ali und melexalas zu besiegen und dann sollten beide getötet werden als aber der junge sultan ali die urkunde veröffentlichte in der hassan beim bad des propheten geschworen hatte ali sein land zurück zu geben und ihm nichts böses zu zu fügen da gehorchte dem meineidigen niemand mehr und der alte sultan ärgerte sich so darüber dass ihn der schlag rührte und er starb nun waren seine untertanen ohne herrscher und da sie hörten wie gut der junge sultan ali und seine gemahlin regierten so so wählten sie ihn auch noch zu ihrem könig so wurde er noch viel mächtiger als hassan gewesen war denn sein land war ebenso groß aber er wurde geliebt und geehrt während jener gehasst worden war er lebte lange und glücklich und Melek Salah und die guten Tiere mit ihm carola bassermann die prinzessin mit dem steinernen herzen im königsschloss herrschte große freude dem jungen königspaar war ein töchterchen geboren worden winzig klein und rosig lag es in seiner goldenen wiege hatte die fäustchen an die bäckchen gedrückt und schlief der junge könig war sehr stolz als das kind acht tage alt war ging er in das gemach der königin setzte sich zu ihr und beriet mit ihr wann die taufe sein solle und wer alles dazu eingeladen werden müsse die alte königin natürlich der alte könig war leider schon tot die Eltern der jungen Königin die Schwestern und Brüder alle Tanten Onkel Vettern Basen und nicht zuletzt die sechs Feen die schon die junge Königin über die Taufe gehalten hatten Nein nicht sechs nur fünf sagte der König die sechste ist zu hässlich die wollen wir nicht einladen wir müssen sie doch einladen sagte die Königin sonst ist sie gekränkt und wünscht unserem Kind etwas Böses an ich mag sie aber nicht sagte der König sie ist so hässlich dass ich sie immer ansehen muss sie hat abscheuliche rote Triefaugen und eine entsetzlich lange Nase das gehört sich gar nicht für eine Fee so dürfen nur Hexen aussehen so schlimm ist es gar nicht beruhigte die Königin ihre Augen können sehr freundlich blicken und die Nase ist ganz gerade Hexen haben immer krumme Nasen es ist auch ganz einerlei wie sie aussieht wir müssen sie auf alle Fälle einladen damit unserem Töchterchen nichts geschieht denke daran wie es dem armen Donröschen ergangen ist na also meinetwegen lade sie ein mutte der König aber ich will nicht dass sie das Kind über die Taufe hält sie soll es nicht anrühren doch über die Taufe muss sie das Kind halten sonst wird sie bestimmt böse gab die Königin zur Antwort ich will es aber nicht ich erlaube es nicht schrie der König sie hat lange Spinnenfinger sie darf meine Tochter nicht anrühren bedenke doch nur was alles geschehen kann bat und jammerte die Königin aber es half nichts der König hörte nicht auf sie zuletzt bekam er einen feuerroten Kopf und rannte wütend zur Tür hinaus denn er war ein sehr junger König und er war ein sehr zorniger König und junge zornige Könige hören oft nicht auf das was andere vernünftige Leute ihnen sagen als der Tag der Taufe herangekommen war stand das junge Paar köstlich geschmückt im Festsaal und empfing die Gäste die alte Königin erschien die Eltern der Königin kamen alle Tanten Onkel Vettern und Basen und die sechs Feen der König hatte wirklich recht gehabt fünf Feen waren sehr schön aber die sechste war hässlich sie war sogar sehr hässlich kein Mensch wollte glauben dass es eine wirkliche Fee war bei ihrer Erschaffung musste irgendetwas passiert sein vielleicht hatte der liebe Gott erst eine Hexe aus ihr machen wollen und dann war in der Zerstreuung eine Fee daraus geworden der liebe Gott ist nämlich auch manchmal zerstreut und da können dann die wunderlichsten Dinge geschehen die Fee war also gar nicht lieblich anzuschauen und als der König sie sah nahm er sich noch einmal fest vor sein Töchterchen nicht von ihr anrühren zu lassen die junge Königin sah zwar manchmal ängstlich bittend und flehend zu ihm hin aber der König wollte sich nicht erweichen lassen und sah sie lieber gar nicht an als alle Gäste versammelt waren wurde der Täufling hereingebracht in lauter Spitzen gehüllt lag das Königskind friedlich im weißen Tragekissen und schlief die alte Königin nahm es in ihre Arme und blickte es gerührt an denn sie war die Großmutter dann zeigte sie es stolz im Kreise herum ganz gefährlich war es anzusehen wie sich die Tanten auf das kleine Geschöpfchen stürzten um es zu bewundern was für reizende blonde Löckchen hat's rief die eine aber eigentlich hatte das Kind noch gar keine Haare und die wundervollen Augen rief die zweite obgleich man sie gar nicht sehen konnte weil das Kind schlief ach und das süße rosige Körperchen flötete die dritte aber das konnte man erst recht nicht sehen unter all den vielen Falten und Spitzen jede der Tanten fand etwas anderes zu preisen und die Königin Großmutter lächelte befriedigt dazu ganz wie andere gewöhnliche Großmütter es auch getan hätten als das Prinzesschen genügend betrachtet worden war konnte die Taufe beginnen das Kind bekam den Namen Wunderhold und hielt ganz still während es von einer Patin zur anderen gereicht wurde zuletzt kam die Reihe an die hässliche Fee schon streckte sie die Hände nach dem Täufling aus da stieß der junge König eine Schale mit Wasser um gerade auf ihr Gewand bestürzt trat sie zurück und während die junge Königin zu ihr eilte und mit bittenden Worten das Versehen ihres Gemahls entschuldigte nahm der König seine kleine Tochter trug sie eilends in ihr Zimmer und legte sie in ihr Bettchen wie es Sitte war ging nun eine Patin nach der anderen allein in das Kinderzimmer um dem Täufling etwas zu wünschen keiner durfte dabei sein wenn eine Fee ihren Wunsch aussprach Die erste Fee trat an das Bettchen und wünschte der kleinen Prinzessin Wunderhold eine Gestalt so schlank wie eine Tanne so biegsam wie eine Gärte Die zweite wünschte ihr Verstand so scharf wie ein Diamant so fein wie ein Feenhaar Die dritte wünschte ihr Schönheit Augen wie schwarzen Samt Wangen wie Apfelblüten dunkle Locken wie die der Sternenkönigin Die vierte wünschte ihr frohen gesunden lachenden Sinn Die fünfte gab ihr ein gutes warmes Herz so gut wie die Mutter Erde so warm wie die Sonne Zuletzt kam die sechste die hässliche Fee Mit ihren roten Augen sah sie böse auf das unschuldige Kind und dann nahm sie ihm das gute warme Herz aus der Brust und legte ihm ein steinernes kaltes Herz dafür hinein weil aber kein Feengeschenk vernichtet oder fortgetragen werden darf nahm sie ein rubinrotes Kästchen legte das Menschenherz hinein und schloss es mit einem goldenen Schlüsselchen zu das Schlüsselchen tat sie in ein goldenes Medaillon und darüber legte sie ganz dicht eine Locke ihres eigenen Haares so dass gar nichts mehr von dem Schlüssel zu sehen war dann schloss sie das Medaillon band es an eine goldene Kette und hing es dem Kind um den Hals als sie fertig war rief sie das Königspaar und sagte zu ihm wenn euch das Glück eures Kindes lieb ist bewahrt ihm treu das rubin rote Kästchen sein kostbarstes Gut ist darin eingeschlossen in der ganzen Welt ist nur ein Schlüssel welcher das Schloss öffnet aber wo er sich befindet sage ich euch nicht zur Strafe für die Beleidigung die ihr mir angetan habt nur wenn ihr das Schlüsselchen findet und das Kästchen öffnen könnt wird eure Tochter wirklich glücklich werden die Fee schwieg bestürzt sahen sich die Eltern an der junge König war ganz plass geworden jetzt bereute er was er getan hatte aber es war zu spät das Unheil geschehen was mochte in dem roten Kästchen sein die Königin wandte sich um die erzürnte durch bitten zu erweichen aber die Fee war verschwunden lange berieten der König und die Königin was nun geschehen solle dann ließ der König im ganzen Reich verkünden dass überall im Land nach dem goldenen Schlüsselchen gesucht werden solle und er versprach dem Finder reiche Belohnung Gold Silber und Edelsteine Wagen und Pferde Felder Wiesen und Wälder und ein schönes Schloss bald kamen in Scharen Leute nach dem Königsschloss und brachten goldene Schlüssel aber keiner brachte den richtigen der das Kästchen aufschloss so vergingen die Jahre immer seltener kam jemand mit einem goldenen Schlüssellein zuletzt kam niemand mehr Prinzessin Wunderhold wuchs heran sie war ein hübsches dunkellockiges Kind aber sie war entsetzlich ungezogen mit vorliebe quälte sie die armen Tiere sie riss den Fliegen die Flügel aus den Fröschen band sie die Beine zusammen sie quälte Katzen und Hunde und als sie größer wurde quälte sie auch die Menschen sie schlug nach ihren Dienerinnen und Erzieherinnen niemand wollte bei ihr bleiben sie lief ins Dorf und plagte die Leute einmal stieß sie einer armen Frau einen Teller mit Suppe aus der Hand ein andermal warf sie ein kleines Kind in eine Wasserpfütze sie riss einem alten Mann seinen Krückstock weg und schlug alle Fensterscheiben ein die sie erreichen konnte und als die armen Dorfbewohner jammerten und klagten fing sie ganz unbändig an zu lachen bald sagten die Leute unsere Prinzessin Wunderhold hat ein hartes Herz so hart natürlich wusste niemand dass sie wirklich ein Herz aus Stein hatte auch die arme Königin nicht die krämte sich sehr über ihr herzloses Kind auch ihre Bitten und Flehen halfen nichts und wenn sie gar weinte über eine Untat der Prinzessin stellte sich Wunderhold hin und lachte sie aus der König geriet oft in bitteren Zorn und gar manches Mal wurde auf seinen Befehl die Tochter hart gestraft aber das half alles nichts die Zeit verging und aus dem hübschen Kind wurde eine wunderschöne Prinzessin alle Wünsche der Feen Patinnen hatten sich erfüllt Prinzessin Wunderhold hatte eine Gestalt so schlank wie eine Tanne so biegsam wie eine Gärte ihr Verstand war so scharf wie ein Diamant so fein wie Feen Haar sie hatte Augen wie schwarzer Samt Wangen wie Apfel Blüten und dunkle Locken wie die der Sternenkönigin sie hatte frohen gesunden lachenden Sinn aber ihr Herz war nicht gut wie die Mutter Erde und warm wie die Sonne sondern ihr Herz war ein harter kalter Stein der Ruf von Prinzessin Wunderholz Schönheit war so groß dass er weit über alle Lande drang von allen Königshöfen kamen die Prinzen um Wunderhold zu sehen und viele von ihnen begehrten sie zur Frau aber die Prinzessin wies sie alle ab keiner gefiel ihr bei jedem fand sie etwas zu lachen und mit ihrem Gelächte vertrieb sie einen nach dem anderen denn der verliebteste Prinz kann es nicht vertragen wenn er ausgelacht wird endlich riß dem König die Geduld er wurde furchtbar böse und eines Tages sagte er morgen kommt Prinz Hartherz aus Schwertreich um dich zur Gemahlin zu begehren ihn wirst du erhören ich habe es satt deinem törichten benehmen zuzusehen wenn du nicht folgst wirst du in den Hungerturm gesperrt jetzt gehst du in deine Gemächer und bleibst dort bis du gerufen wirst die Prinzessin gehorchte und am nächsten Tag kam Prinz Hartherz aus Schwertreich mit vielem Gefolge und prächtigen Geschenken ins Schloss der König empfing ihn mit großen Ehren und ließ Prinzessin Wunderhold rufen Prinz Hartherz hatte ein böses finsteres Gesicht und als die Prinzessin das sah verging ihr das Lachen der König fasste mit festem Griff ihre Hand und legte sie in die Hand des Prinzen da war Prinzessin Wunderhold Prinz Hartherzens Braut im ganzen Reich herrschte großer Jubel über die Verlobung nur die Königin war traurig darüber dass ihr einziges Töchterchen einen so bösen Mann bekommen sollte Prinzessin Wunderhold machte sich darüber keine Sorgen sie rüstete sich für die Hochzeit bekam prächtige Kleider und herrlichen Schmuck und war ganz zufrieden einige Tage vor der Hochzeit rief die Königin Prinzessin Wunderhold zu sich holte das rubinrote Kästchen das sie immer sorgsam aufbewahrt hatte und gab es der Prinzessin damit sie es nun selbst hüte und berge wenn sie fortzog in ihres Mannes Land Prinzessin Wunderhold nahm das geheimnisvolle Gut drehte und wendete es einige Male hin und her und ging dann damit in den Garten sie war nachdenklich geworden und als sie an eine Bank kam setzte sie sich nahm das Kästchen auf den Schoß und sann darüber nach was wohl darinnen sein könnte die Sonne schien warm im Garten dufteten die Rosen Prinzessin Wunderhold wurde müde und über all dem Sinnen schlief sie ein da ertönten Schritte im Garten über die blumige Wiese kam einer gegangen hatte eine Laute am grünen Band über die Schulter hängen schritt mächtig für Bass und Pfiff vergnügt ein Liedchen vor sich hin es war der Sänger Fridolin der zur Hochzeit aufspielen wollte jetzt bog er um ein paar duftende jasmin büsche und stand plötzlich vor der Bank auf der die Prinzessin saß und schlief mitten im Lied brach er ab ein frohes staunen glitt über sein Gesicht oh wie schön war die Prinzessin wie wunderschön er hatte gar nicht gewusst dass ein Menschenkind so schön sein kann leise griff er zur Laute leise hub er zu singen und zu spielen an so weich und innig so zart und süß dass es ganz still wurde im Garten die Vögel hörten auf zu zwitschern und neigten die Köpfchen der Wind setzte sich unter eine grüne Buche und regte sich nicht mehr die Bienchen und Schmetterlinge saßen auf den Blütenblättern ohne den duftenden Seim aus den Kälchen zu saugen die Blätter und Blumen hielten den Atem an und alle lauschten und der Sänger sang von einer wunderschönen Prinzessin und von einem fahrenden Sänger und der fahrende Sänger hatte die wunderschöne Prinzessin lieb Prinzessin Wunderhold war aufgewacht sah erstaunt nach dem Spielmann hörte eine Weile zu und fing zu lachen an denn dass ein fahrender Sänger eine Prinzessin liebhaben sollte fand sie furchtbar komisch Fridolin hörte auf zu singen sah ihr ernst in die Augen und sagte wenn du jetzt lachen kannst weißt du wohl nicht was Liebe ist nein das weiß ich auch nicht sagte die Prinzessin vergnügt und du wirst es mich schwerlich lehren doch ich will es dich lehren sagte Fridolin neigte sich zu ihr und küßte sie da wurde Prinzessin Wunderhold schrecklich böse stieß Fridolin so heftig zurück dass das goldene Kettchen mit dem Medaillon der bösen Fee riss und zu Boden fiel die Prinzessin merkte es nicht sie lief davon lief so eilig davon dass sie sogar das kostbare rubinrote Kästchen vergaß Fridolin nahm das Kästchen drehte es hin und her schüttelte daran herum und versuchte es zu öffnen als ihm das nicht gelang hob er das Medaillon vom Boden auf betrachtete es und drückte auf die Feder so dass es aufsprang da sah er die dunkle locke darin liegen und nahm sie heraus um sie aufzuheben zur Erinnerung an die wunderschöne Prinzessin hinter der Locke kam das kleine goldene Schlüsselchen zum Vorschein ob das der Schlüssel zu dem rubinroten Kästchen war neugierig steckte Fridolin das Schlüsselchen in das Schloss des Kästchens aber gerade als er daran drehen wollte ertönte laut Prinzessin Wunderholz Stimme hier ist der Dieb greift ihn haltet ihn werft ihn in den Hungerturm Fridolin fühlte sich hart an den Armen gepackt ließ vor Schreck das Kästchen fallen und ward wort geschleift ohne dass er ein Wort zu seiner Verteidigung sagen konnte Prinzessin Wunderholz sah nicht mehr nach ihm hin sie hatte ihr Kästchen erblickt nahm es eilig auf und lief dem Schloss zu in ihrem Gemach wartete aufgeregt die Königin sie konnte sich gar nicht denken wo ihre Tochter so lange blieb endlich kam die Prinzessin und erzählte was sich ereignet hatte die Königin geriet außer sich als sie hörte dass der kostbare Schatz verloren gewesen war sie nahm ihrer Tochter das Kleinod aus der Hand besah es von allen Seiten ob ihm auch nichts passiert war und dabei sah sie dass im Schlüsselloch ein goldener Schlüssel steckte als sie an dem Schlüsselchen drehte sprang das Kästchen auf und die Königin sah ein rotes Menschenherz darin liegen sie dachte an die Worte der Fee dass ihres Kindes kostbarstes gut in dem Kästchen verschlossen sei da wusste sie dass es Prinzessin Wunderholz Herz war und wusste nun auch warum ihr schläft böse und hart gewesen war aber sie sagte kein Wort und als Prinzessin Wunderholz sehen wollte was das Kästchen enthielt schloss sie es schnell wieder zu und ließ die Prinzessin ruhig zanken und toben weil sie nicht hatte hineinsehen dürfen spät in der Nacht da alles im Schloss längst schlief ging die Königin leise ins Zimmer ihres Töchterleins Prinzessin Wunderholz lag friedlich in den weißen Kissen und schlief eine ganze Weile stand die Königin und betrachtete ihr Kind dann nahm sie behutsam das steinerne Herz aus Prinzessin Wunderholz Brust legte das warme Menschenherz aus dem rubinroten Kästchen hinein küßte die Prinzessin auf die Stirn und verließ das Gemach so leise wie sie gekommen war Am nächsten Morgen wachte Prinzessin Wunderholz mit den ersten Sonnenstrahlen auf sie dehnte und streckte sich und fühlte sich leicht und froh wie noch nie in ihrem Leben was war ihr nur alles kam ihr so sonderbar vor alles war viel schöner als sonst und als die Königin zu ihr ins Zimmer kam fiel sie ihr um den Hals und herzte und küsste sie wie sie es früher nie getan zum ersten Mal in ihrem Leben schalt und zankte sie nicht als sie angezogen wurde sondern war freundlich und gut mit jedermann während sie vergnügt im Zimmer umher lief fiel ihr auf einmal ein dass sie den Sänger Fridolin in den Turm hatte sperren lassen da bekam sie einen großen Schrecken ehe jemand sie hindern konnte lief sie davon dem Hungerturm Oberwächter den Schlüssel geben und ging zu dem armen Gefangenen hinein drinnen lehnte sie sich an die wand und blieb regungslos stehen denn Fridolin stand am vergitterten Fenster sah sehnsüchtig in die Ferne spielte leise auf seiner Laute und sang dazu er sang von einer wunderschönen Prinzessin und von einem fahrenden Sänger und der fahrende Sänger hatte die wunderschöne Prinzessin lieb als er geendet lehnte Prinzessin Wunderhold noch immer an der Wand und die hellen Tränen liefen ihr über das Gesicht Fridolin sah ihr ernst in die Augen und sagte wenn du jetzt weinen kannst weißt du wohl was Liebe ist da nickte die Prinzessin und Fridolin neigte sich zu ihr und küsste sie aber das hatte der Wächter gesehen der lief voller Entrüstung zum König und meldete ihm dass der freche Sänger sich erdreistet hatte Prinzessin Wunderhold zu küssen der König geriet in großen Zorn eilte nach dem Hungerturm und befahl seinen Knechten den Sänger Fridolin aufzuhängen noch am selben Tag Prinzessin Wunderhold erschrak bis ins tiefste Herz nahm allen ihren Mut zusammen und sagte zum König Lieber Vater du darfst den Sänger Fridolin nicht aufhängen lassen denn ich habe ihn lieb und will ihn heiraten eine Prinzessin heiratet keinen fahrenden Sänger ohne Geld und Gut und außerdem bist du Prinz Hartherz Braut hast du das ganz vergessen ich will aber Prinz Hartherz nicht heiraten er hat ein böses finsteres Gesicht und er hat kein gutes Herz sagte die Prinzessin das macht nichts sagte der König das passt sehr gut zu dir du hast ja selbst kein Herz doch sagte die Prinzessin ich habe ein Herz aber der König hörte nicht auf sie und es war gut dass die Königin kam sie trug das rubinrote Kästchen in der Hand und erzählte mit raschen Worten was geschehen war der König stand erstaunt und frug die Königin wie der Schlüssel in das Schloss des rubinroten Kästchens gekommen sei aber das wusste sie nicht da trat der Sänger Fridolin vor und berichtete wie er das kleine Schlüsselchen in dem goldenen Medaillon hinter der dunklen Haarlocke gefunden hatte als das die Prinzessin hörte fiel sie dem Sänger jubelnd um den Hals und rief Fridolin und keinen anderen nehme ich zum Gemahl denn ohne ihn hätte ich mein ganzes Leben lang ein steinernes Herz gehabt Der König wollte es nicht zugeben er dachte an den reichen Prinz Hartherz den er sich zum Eidam erkoren hatte und es wollte ihm gar nicht in den Sinn dass seine Tochter einen fahrenden Sänger heiraten wollte aber die Königin bat für ihr Kind und weil er nun nicht mehr so jung und auch nicht mehr so zornig war wie früher und weil er doch auch an der ganzen Geschichte schuld war hörte er auf die Königin und willigte ein Prinz Hartherz musste sich eine andere Braut suchen und der Sänger Fridolin bekam wie der König es dem Finder des Schlüsselchens versprochen hatte Gold Silber und Edelsteine Wagen und Pferde Felder Wiesen und Wälder und ein schönes Schloss auf diesem Schloss wohnte er mit seiner Frau Wunderhold sie war liebreich und gut gegen alle Menschen und bald sagten alle Leute unsere Frau Wunderhold hat ein so warmes Herz so warm wie die Sonne der Sänger Fridolin aber ließ seiner Frau einen goldenen Schrein anfertigen er war kostbar gearbeitet und mit Edelsteinen reich besetzt der Schrein steht in Wunderholz schönem Gemach und birgt in seinem Inneren bis auf den heutigen Tag das rubinrote Kästchen Anna Klee Prinzessin Da gewahrte er von fern auf einer einsamen Sandbank wo die Seehunde sich zur Sonnen pflegten ein menschliches Wesen das ihm zu winken schien als er sich der Stelle näherte erkannte er dass ein altes krummes Mütterchen in zerlumpten verwitterten Kleidern dort im Sand saß und ihn erwartete wie seid ihr hierher gekommen fragte sie der König verwundert die alte murmelte unverständliche Worte deutete auf das Boot und gab dem König zu verstehen dass er sie mitnehmen solle den König freute das Abenteuer keines Weges das ist ja ein übles Bündel Flicken dachte er vertrießlich weil er aber gutherzig war ließ er die Alte seinen Widerwillen nicht merken half ihr vielmehr freundlich in sein Boot hinein wo sie auf einer Bank hinter ihm nieder hockte und sich so still verhielt dass er sie fast vergessen hätte einmal drehte er sich um und sah nach ihr da erschrak er heftig denn die Alte hatte sich in einen riesengroßen Krebs verwandelt und es kam dem König vor als betrachte sie ihn mit hinterlistigen Blicken als er sich aber ein zweites Mal nach ihr um sah gewahrte er wieder das nämliche armselige Weiblein dem er zur Heimfahrt verhelfen sollte nach einer Weile sprach er zu seiner Armbrust sag an was heißt wir schaffen keine Beute da antwortete die Armbrust Herr König hört ich rat euch sehr die alte Hexe werft ins Meer aber der gute König wollte von einem solchen Vorschlag nichts wissen er half der alten ans Land und dachte dass sie sich nun als bald verabschieden würde denn er war ihrer Gesellschaft herzlich übertrüssig und sie dünkte ihn ein unziemliches Geleit nach seinem Schloss aber sie wich ihm nicht von der Seite sondern humpelte murmelnd und hustend neben ihm her da sprach er ich bin der König dieses Landes begehrt ihr ein Nachtlager in meinem Palast da reckte die Alte ihre gebückte Gestalt hoch und gebietend empor in jugendlicher Schönheit und angetan mit einem weißen Lichtgewand stand sie vor dem König und mit einer jungen und lieblichen Stimme sprach sie bedeutungsvoll König achte was ich dir sage sorgsam tief im Sinnes trage keinem freier wer's auch sei folgt Prinzessin immer frei aber einen treu und echt liebt Prinzessin immer recht da erkannte der König dass es eine Fee war der er einen Dienst erwiesen und die ihm das Geleit gegeben hatte kaum hatte er sich ihren Spruch eingeprägt als sie verschwunden war wie er nun weiter ging und sich dem Schloss näherte vernahm er Glockengeläut und sah dass Fahnen auf den Zinnen flatterten es waren aber Freuden Fahnen und auf der Treppe kamen dem König seine beiden Söhne entgegengelaufen und riefen Vater wir haben zwei kleine Schwestern bekommen nun hat jeder von uns eine Gespielin der König der der König einer goldenen wiege neben ihrem Lager zwei mägdlein erblickte er nannte sie nach den Worten der Fee immer frei und immer recht als die Prinzessinnen so groß waren dass sie mit den Brüdern spielen konnten gewahrten diese dass Immerrecht ein sehr kluges Kind war und immer alles besser wusste als sie selber das vertross sie denn sie waren Prinzen und obendrein älter als die Schwestern darum sprachen sie du sollst nicht immer recht haben wenn es wieder vorkommt werfen wir dich ins Wasser da weinte immer recht denn sie hatte große Furcht davor ins Wasser geworfen zu werden es gab aber jemand der sich ihrer annahm das war Leumut eines Nachbarkönigs Sohn ein schöner und ritterlicher Knabe den hatte sein Vater den Prinzen als Gefährten zu erteilt damit er anderen Sinnes werden solle denn daheim hatte er den ganzen Tag Farben und Pinsel gehandhabt und sein Vater und die Großen seines Reiches fürchteten dass er dermal einst wenn er König werden würde seine Regierungsgeschäfte über der Pinselkunst vernachlässigen möge Eines Tages saßen die vier Königskinder mit Leumut im Garten auf den Stufen der Schlosstreppe und betrachteten ein Beet dessen grüne Blütenknospen noch keine Farbe erkennen ließen Da begannen die Kinder zu raten wie die Blumen aussehen würden Die einen sagten blau die anderen rot aber immer recht allein riet die gelbe Farbe und als die Knospen aufbrachen wurden es lauter gelbe Blumen Da sprachen die Brüder Nun musst du ins Wasser Aber Leumut beschützte das Kind dass es entrinnen und in den Wald laufen konnte Da saß es und weinte weil es doch nichts dafür konnte dass es immer recht hatte Auf einmal hörte es hinter sich ein Murmeln und Husten und wie es erschrocken hinsah erblickte es eine alte Kräutersammlerin die hatte ein Gesicht so verwittert wie eine Baumwurzel Sie fragte die Prinzessin nach ihrem Kummer und immer recht klagte all ihre Not Dabei schnitt das Weiblein so schreckliche Gesichter dass dem Kind Angst und Bange wurde Warum schweigst du nicht still wenn du recht hast murmelte die alte das ist nicht leicht antwortete immer recht da lachte die alte und sprach du hast schon wieder recht aber nun höre ich bin die Fee die dir deinen Namen gegeben hat also eigentlich deine Pate darum will ich dir helfen murmelnd hinkte sie zu einem morschen baumstumpf langte in eine höhlung unter seinen wurzeln und zog ein bündel getrockneter kräuter ans licht ein kraut reichte sie der prinzessin lege dieses kraut auf deine lippen und geh nach hause dort wirf es von dir mit geschlossenen augen damit du nicht siehst wohin der wind es von dannen trägt du wirst hinfort niemand mehr durch deine klugheit verletzen immer recht dankte der Fee und tat nach ihrem geheiß da ward sie von stund an stumm und kein arzt vermochte sie zu heilen ihre brüder aber bereuten ihre drohungen stellten alle angriffe ein und begegneten ihrem stummen schwesterlein mit großer freundlichkeit indessen ward prinz leumut von seinem vater nach hause zurückgerufen als aber der könig und seine räte inne wurden dass leumut nach wie vor der malkunst frönte da beratschlagten sie ob es nicht tunlich sei ihn auf reisen zu schicken und ein weiser minister mit schneeweißem bad sprach ich weiß einen ort wo die üble sitte des malens noch nicht erfunden ist nämlich auf dem mond es scheint mir ratsam und wohlgetan den prinzen dorthin zu schicken dieser vorschlag fand allgemeine billigung prinz leumut erhielt einen empfehlung brief an den mann im mond und trat alsbald seine reise an sie war weit und beschwerlich da wo die welt zu ende ist fing sie an ein großer vogel trug den prinzen auf seinen schwingen hinauf weil der vogel aber auf der milchstraße überall bekannte besaß machte er fast bei jedem stern halt und kehrte ein auf diese weise dauerte es mehrere jahre bis sie auf dem mond anlangten der mann im mond war gerade beschäftigt seine kälber von denen er große herden besaß in ihren stall zu sperren du kommst wie gerufen sagte er erfreut zu leumut ich habe einen neuen knecht nötig mein voriger ist mir trotz meiner warnung wieder zu nah an den rand des mondes gegangen und hinunter gefallen und glaubt es gar nicht wie ungehorsam und unvorsichtig die Leute sind du bist hiermit gewarnt und kannst also nun meine kälber hüten aber ich bin ein königssohn entgegnete leumut der es sich auf dem mond anders gedacht hatte das ist mir einerlei antwortete der mond man mir kommt es nur darauf an dass du mit meiner herde gut fertig wirst und nicht vorwitzig über den mondrand guckst weil du dann schwindlig werden könntest übrigens kannst du meinetwegen ein königssohn sein es herrscht keine gute sitte auf dem mond dachte der prinz und er freute sich dass er heimlich pinsel und farben in seinem wams verborgen hatte und der malkunst auch als kuhirt dienen konnte als der mondmann gewahr ward dass leumut stark und mutig war und seine herde ihm gern folgte hatte er nichts dagegen dass er nebenbei alles wozu er lust hatte abmalte unterdessen waren immer frei und immer recht zu lieblichen jungfrauen herangewachsen da kamen die prinzen benachbarter länder und hielten umschau aber immer frei sprach zu ihrem vater berater ich habe und bücher andere pläne und ein einsames turm gemach mich gelüstet zu studieren was sind das für flausen antwortete der alte könig und kraute vertrieslich seinen bart in in meiner jugend war es nicht brauch dass frauen zimmer turm gemächer und bücher begehrten aber immer frei beharrte auf ihrem verlangen da gedachte ihr vater der worte der fee und gab ihr kopf schüttelnd seine einwilligung sie kleidete sich in schlichtes linnen legte allen schmuck ab und ließ auch ihr langes haar abschneiden denn es gebrach ihr nunmehr an muße es zu strählen und zu flechten so begab sie sich in ein einsames turm gemach im wald und oblag dem studium ohne aufschub was beginnen wir mit unserer anderen tochter sprach der könig sorgenvoll zu seiner gemahlin niemand wird eine stumme prinzessin zur ehe begehren nur immer recht war zufrieden mit ihrem los denn ihr herz gehörte leumut und so oft der mond schien schaute sie himmelwärts und gedachte seufzend des gespielen es fand sich aber dennoch ein freier ein der sprach es ist mir recht eine schweigsame frau zu wählen denn ich vertrage keinen widerspruch das trifft sich gut und lässt sich hören antwortete der alte könig dies ist unser man und er sagte es seiner tochter aber immer recht erschrak und geriet in große bedrängnis sie begab sich in den wald und setzte sich auf den alten baumstumpf nieder der die zauber kräuter bag und siehe da abermals trat ihr die fee in gestalt des waldweibleins entgegen und fragte nach ihrem begehr da warf sich immer recht ihr zu füßen deutete auf ihre lippen und rang flehend die hände bist du des schweigens übertrüssig fragte die alte und lächelnd gab sie der bittenden die sprache zurück frohen mutes kehrte immer recht nach dem väterlichen schlossheim und kaum hatte sie dort mit dem freiers mann der dem Widerspruch abholt war rede und antwort gepflogen als jener befahl im strax und flugs sein rösslein zu satteln und als bald von dannen ritt auf nimmer wieder kehr fortan durfte immer recht ungestört den mond ansehen und des prinzen leumut gedenken da gelangte eines tages eine trauer botschaft in das schloss eines fischers boot hatte den leichnam eines schönen jünglings geborgen als er in das schloss hinaufgetragen wurde begegnete immer recht der bahre und sie erkannte dass der tote prinz leumut war ein sturz aus den lüften hatte ihn getötet da kniete die prinzessin an die prinzessin an nahm fortan nicht speise noch trank zu sich und weinte tag und nacht in der morgenfrüh des dritten tages aber als noch niemand im schloss erwacht war erschien die fee in gestalt des alten weibleins zu häupten der bahre legte ein kraut auf die stirn des toten und verschwand als bald hob leumut anzuatmen und sich zu regen da er die augen aufschlug traf sein erster blick immer recht und er sah ihre tränen hast du um mich geweint fragte er sie nickte da sprach er nun sollst du meine königin werden unterdessen näherte sich ein langer trauerzug dem schloss leumuts vater und alle großen seines reiches kamen um den leichnam ihres prinzen heim zu holen sie fanden aber keinen toten und ihre freude war groß als prinz leumut lebendig vor ihnen stand und zu seinem vater sprach ich war des mondes nun übertrüssig aber der mann droben wollte meine dienste nicht entbehren da bin ich eines tages auf und davon gegangen als gerade wieder mein gefieder das rösslein kam um zu fragen ob mich nicht heimzukehren gelöste den mondmann hat der abschied gewaltig verdrossen und es hätte mir leicht übel ergehen können denn ein regen von steinen hat der erboste alte uns nachgesandt und zum tode getroffen sanken wir hernieder nun aber freut euch mit mir denn ich habe eine schöne braut gefunden und bitte euch dass ihr mir gestattet hochzeit zu feiern der alte könig war dies wohl zufrieden er trat seinem sohn sogar die herrschaft ab in seinem land und die hochzeit wurde alsbald mit großem prunk gefeiert der junge könig regierte sein land gut und weise tag aus tag ein wenn er aber abends seine krone abgesetzt und seine pantoffeln angezogen hatte dann übte er sich in der malkunst und seine frau saß dabei und freute sich darüber er malte lauter bilder die er auf dem mond gesehen hatte die leute die etwas von bildern verstanden schüttelten den kopf und sprachen so etwas gibt es nicht so sieht es nirgends aus aber immer recht antwortete ihnen seit ihr etwa schon einmal auf dem mond gewesen diese frage musste jedermann verneinen so behielt des königs junge gemahlin abermals recht und der ruf ihrer klugheit verbreitete sich im land und zuletzt hielten alle untertanen den könig leumut für einen großen maler denn die königin sagte er wäre ein solcher und die hatte immer recht weil sie aber sehr klug war und ihren gemahl so sehr lieb hatte verzichtete sie ihm gegenüber zu weilen auf das recht haben und das ist nicht leicht wenn man etwas besser weiß wie a to a a a a a a a a a Untertitelung des ZDF, 2020